Ausgerechnet auf diesen blöden Anglerfesten lernte ich die Männer kennen. Schon als kleines Mädchen mussten Mutter und ich einmal im Jahr mit den Sportsfreunden meines Vaters und ihren Familien ein Sommerfest feiern, als ob es zu Hause nicht oft genug Fisch gegeben hätte. Die Frauen bereiteten Kartoffelsalat, Streuselkuchen und andere kulinarische Höchstleistungen zu. Die Männer sorgten für Bier vom Fass und gegrillten Fisch. Die Kinder spritzten sich mit Wasserpistolen nass und heulten, wenn sie von einer Wespe gestochen wurden. Es wurde gefressen, gesoffen, gegrölt und geschwurft, aber immer im Rahmen einer gewissen Zucht und Ordnung. Das Ganze fand im Vereinshaus am See statt, bei schönem Wetter auf den Wiesen am Bootssteg. Unter Lampions habe ich Eugen kennengelernt, später den Uli. Damals war ich siebzehn und dumm wie Bohnenstroh. Ich kapierte nicht, dass Eugen sich nur deshalb an mich heranmachte, weil ihn die Torschlusspanik erwischt hatte. Er war fast vierzig und noch keine Frau hatte bis jetzt angebissen. Ich empfand sein Alter als Auszeichnung. Ein Mann, der fast so alt und konservativ wie mein Papa war und ausgerechnet mich bevorzugte, das war eine Gnade. Eugen war klein und mickrig, weder witzig noch interessant, aber wenigstens ein bisschen reich. Er besaß ein alteingesessenes Fachgeschäft für Schirme, Handschuhe und Hüte. Bisher hatte ich nur Omas gestrickte Fäustlinge getragen. Von da an wurde ich die Besitzerin einer Kollektion feinster Lederhandschuhe. Meine Eltern waren nicht viel klüger als ich, denn sie hielten Eugins Werbung ebenfalls für einen Glücksfall. Nicht lange Fackeln zugreifen empfahlen sie. Ich war damals nämlich nicht bloß unbedarft, auch meine berufliche Karriere als Briefträgerin sah nicht vielversprechend aus. Mit 18 war ich verheiratet, mit 19 Mutter. Anfangs sollte ich im Laden helfen, aber schon nach den ersten Versuchen hatte ich keine Lust mehr. Weil ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, nahm mich die Verkäuferin als Chefin nicht ernst. Es verletzte mich, dass hinter meinem Rücken über mich getuschelt wurde, und zwar nicht gerade positiv. Wahrscheinlich habe ich Eugen so mit meinem Gejammer genervt, dass er mich nie mehr im Laden sehen wollte. Ich blieb also zu Hause, hatte mit Haushalt und Kind genug zu tun und war anfangs fast zufrieden. Es dauerte eine Weile, bis sich Eugen näher kennenlernte. Seine Hobbys waren Angeln und Autofahren. Er besaß einen Land Rover für den Sport und einen dicken Mercedes für die Stadt. Da er sehr klein war, trug er stets karierte Hüte aus dem eigenen Geschäft, damit wenigstens ein Stückchen Eugen hinterm Steuerrad zu sehen war. Morgens war er der Erste und abends der Letzte im Laden. Wenn er heimkam, wollte er Essen, Fernsehen, die ADAC oder Anglerzeitung lesen und es sich in Pantoffeln und Bademantel gemütlich machen. Falls es nicht in Strömen goss, verbrachte er die Wochenenden in reiner Männergesellschaft am See. Nachdem er so rasch ein Erbprinzen gezeugt hatte, schien ihn die Lust verlassen zu haben, noch einen zweiten Angler in die Welt zu setzen. Eugen wusste aber, dass eine junge Frau im Allgemeinen gewisse Ansprüche stellt und hatte ein latent schlechtes Gewissen. Daher verhielt er sich in finanzieller Hinsicht sehr großzügig. Ich bekam ein reichliches Taschengeld und konnte mir Kleider, Kosmetika, Schuhe und Handtaschen nach Herzenslust kaufen, ohne dass er je gemeckert hätte. Ja, er war geradezu stolz, dass sich der kleine braune Spatz an seiner Seite zu einem Goldfasan mauserte. Gelegentlich gingen wir zusammen essen. Dann genoss er es, dass sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen Aufsehen erregte. Zur Geburt unseres Sohnes schenkte er mir eine Perlenkette, zum fünften Hochzeitstag einen Pelzmantel. Nicht gerade originell, aber gut gemeint. Durch mein verändertes Aussehen, abgesehen von den schicken Klamotten, war ich auch selbst hübscher geworden, wuchs mein Selbstbewusstsein und meine Unternehmungslust. Täglich ging ich mit dem Kleinen nachmittags in den Schlosspark, ließ ihn ein wenig auf dem Spielplatz tollen und besuchte anschließend das Schlosscafé. Jonas löffelte ein großes Eis, ich trank einen doppelten Espresso. Leider waren um diese Zeit meistens ältere Damen oder Mütter mit Kindern unterwegs, so dass ich keine Gelegenheit hatte, mit einem Mann anzubändeln. Aber auf dem nächsten Anglerfest geschah es. Ich hatte den Uli bereits gekannt, als wir beide noch Kinder waren, aber dann zog seine Familie fort. Uli hatte Abitur gemacht und war Textilingenieur geworden. Vor kurzem hatte er seine erste Stelle in der hiesigen Weberei angetreten. Er war das Gegenteil von Eugen. Jung, hübsch, groß und stark, lustig und kein bisschen langweilig. Natürlich waren alle Mädels scharf auf ihn. Ich rechnete mir keine großen Chancen aus. Manchmal kommt einem aber das Schicksal zu Hilfe. Uli suchte einen gebrauchten Wagen. Eugen wollte seinen Land Rover verkaufen. Sie verabredeten sich für den nächsten Sonntag bei uns. Ich hatte Kaffee gekocht und mich hübsch gemacht, obgleich man mich bei der Probefahrt sicher nicht mitnehmen würde. Aber ich hatte ein zweites Mal Glück. Kurz bevor Uli eintraf, rief die Polizei an. In der Samstagnacht war ein Eugens Laden eingebrochen worden. Mein Mann fuhr sofort hin, um den Schaden zu begutachten. Ich sollte unterdessen den Gast bewirten, in die Garage führen und ihm den Wagen zeigen. Unser Kleiner übernachtete am Wochenende stets bei meinen Eltern. Damit ihr ausschlafen könnt, sagten sie. Wahrscheinlich verbanden sie mit diesem Angebot die Hoffnung auf eine Enkelin. Uli wollte den Wagen nicht bloß anschauen, sondern auf einer Geländefahrt testen. Wir stiegen ein, fuhren in den Wald, hielten an und küßten uns. Dann ging es wortlos wieder zurück. Als der geplagte Eugen heimkam, bemerkte er nicht, wie aufgeregt ich war, denn ich hatte mich wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben verliebt. Von da an war ich nicht mehr zu bremsen. Zweimal in der Woche lieferte ich Jonas am Nachmittag bei meinen Eltern ab und besuchte Uli gegen fünf in seiner Wohnung. Wenn Eugen um sieben nach Hause kam, war ich schon wieder da. Natürlich waren meine illegalen Ausflüge riskant. In einer mittelgroßen Stadt wie der unseren blieb es Uli's Nachbarn wohl kaum verborgen, wer ihn so häufig besuchte. Es war nur eine Sache der Zeit, wann man Eugen im Geschäft oder beim Stammtisch gehässige Andeutungen machen würde. Seit ich Uli liebte, konnte ich meinen Mann nicht mehr ausstehen. Ich malte mir anfangs die Scheidung, später seinen Tod aus. Die zweite Version hatte den Vorteil, dass ich eine gute Rente und die Lebensversicherung ausbezahlt bekäme. Ich wäre dann wirtschaftlich unabhängig, denn auf einen gewissen Luxus mochte ich nie mehr verzichten. Obwohl ich nicht allzu viel Fantasie habe, begann ich einen Plan aufzustellen, um Uli gegen Eugen systematisch aufzuhetzen. In Phase 1 stellte ich mich als Heilige dar, die einem Sadisten schutzlos ausgeliefert war. Uli's Ritterlichkeit wurde geweckt, ebenso sein Mitleid. Er wollte mich durch Entführung aus des Teufels fängen erretten. In Phase 2 wurde ich konkreter. Ich setzte Uli die Heirat als Lösung allen Unheils in den Kopf und deutete an, dass mich Eugen im Falle einer Scheidung völlig über den Tisch ziehen würde. Meinem Lover war es nach reiflichem Überlegen natürlich lieber, eine begüterte Frau zu bekommen. Phase 3 zielte direkt auf die Bedrohung unseres Lebens. Sollte Eugen von unserer Beziehung erfahren, würde er uns wahrscheinlich beide umbringen. Uli war, ich sagte es schon, ein schöner, starker, großer Junge, aber nicht übermäßig intelligent. Er glaubte mir alles und sah ein, dass wir Eugen zuvorkommen müssten. Mein Mann wunderte sich, als ich ihn eines Abends über seine Angelgründe ausfragte. »Seit wann interessierst du dich für meine Hobbys?«, fragte er, und erzählte mir dann, dass er kürzlich einen kleinen See im Odenwald entdeckt hätte, wo er in völliger Einsamkeit wundervolle Fische an Land zöge. Das sei aber wie beim Pilzesuchen, er werde sein Geheimplätzchen keiner Menschenseele verraten. »Aber mir kannst du es schließlich sagen, ich bin ja keine Rivalin. Nimm uns doch einmal mit,« bat ich, »für unseren Jungen wäre das ein Paradies.« Bis jetzt hatte unser Jonas wenig Freude am Angeln gefunden, er war noch zu klein, um stundenlang still zu sitzen und ins Wasser zu glotzen. Eugen war zwar nicht begeistert, aber er sah ein, dass er seinen Sohn allmählich an die männlichen Freuden der Wildnis gewöhnen musste. Der kleine See war wirklich nicht leicht zu finden. Man musste auf Feldwegen und durch matschige Wiesen fahren, aber der neue Geländewagen schaffte das spielend. Ich saß mit Jonas im Fond und machte mir heimlich Notizen und kleine Zeichnungen. Fast bedauerte ich es, dass ich Eugen nie auf seinen sonntäglichen Ausflügen begleitet hatte. Es war zauberhaft hier. Obgleich es noch früh im Jahr und reichlich kühl war, kam die Sonne doch ein paar Mal heraus, leuchtete über das stille Wasser und wärmte uns. Wildenten ließen sich kaum stören, Haselkätzchen blühten. Eugen und Jonas setzten sich auf die mitgebrachten Klappstühle und warfen die Angel aus. Ich machte einen kleinen Spaziergang. Als ich nach einer Viertelstunde zurückkam, war es dem Kind bereits kalt und langweilig geworden. Jonas saß im Auto und betrachtete Comics. Wenn du den Frieden hier draußen einatmest, sagte Eugen, kannst du vielleicht besser verstehen, dass sich mein eigentliches Leben nicht bloß im Hutgeschäft abspielt. Hier bin ich Robinson, hier fühle ich mich lebendig. Nicht mehr lange, dachte ich, dafür werde ich schon sorgen. Gemeinsam mit Uli fuhr ich einige Tage später hinaus und zeigte ihm den verschwiegenen See. Du musst so tun, als hättest du diese Idylle gerade erst entdeckt, wenn du am nächsten Sonntag auf Eugen triffst. Es wird kein großes Problem sein, ihn versehentlich ins Wasser zu werfen und seinen Kopf bei der Rettungsaktion ein wenig unterzutauchen. Vergiss nicht, die Hohngummistiefel anzuziehen. Uli nickte. Hand in Hand liefen wir um den kleinen See, blieben gelegentlich stehen, um uns zu küssen oder auf irgendeinen Wasservogel aufmerksam zu machen. Ich brach braune Rohrkolben ab, ohne zu bedenken, dass ich sie nicht mit heimnehmen konnte. Plötzlich tauchte ein Förster auf. Was wir hier im Naturschutzgebiet zu suchen hätten, ob wir die Schilder nicht lesen könnten. Offensichtlich hatte Eugen einen Schleichweg ausfindig gemacht, der abseits aller Hinweise verlief. Wir wurden freundlich ermahnt und nach Hause geschickt. Gegen Liebespaare ist man nachsichtig. Leider konnte ich Eugen nicht erzählen, dass er auf unerlaubten Terrain fischen ging. Andererseits konnte es aber sein, dass er das durchaus wusste. Ja, dass er eine Sondererlaubnis des Försters besaß. Eugen hatte überall hilfsbereite Stammtischkumpel und Sportskameraden, denen er seinerseits beim Einkauf von Anglerhüten, olivgrünen Schals und fingerfreien Jägerhandschuhen einen guten Rabatt einräumte. Am nächsten Sonntag wollte Uli jedenfalls sein Glück versuchen. Jetzt im Vorfrühling waren kaum Menschen unterwegs, denen er begegnen konnte. Und falls der Förster wieder auftauchen würde, dann musste er eben kurzfristig umdisponieren. Den besagten Sonntag verbrachte Jonas wie immer bei meinen Eltern. Ich wartete auf Ulis Anruf. Nie hätte ich gedacht, dass ich so durchdrehen könnte. Bereits in der vorausgegangenen Nacht hatte ich kein Auge zugetan. Ich konnte nicht essen, trank aber Kognak zur Beruhigung. Im Haus herrschte vollkommene Ruhe. Es tat sich absolut nichts. Vergebens wählte ich Ulis Nummer. Allmählich wurde es dunkel und ich musste Jonas abholen. Natürlich durfte ich mich auf keinen Fall anders benehmen als sonst. Längst war ich mit meinem Sohn wieder daheim und saß mit ihm vorm Fernseher, natürlich ohne irgendetwas von der Sendung mitzubekommen, als ich Eugens Wagen hörte. Ich rannte an die Haustür. Uli und Eugen stiegen im besten Einvernehmen aus, ließen sich überhaupt nicht von meinem bleichen Antlitz beeindrucken, sondern holten aus dem Kofferraum eine große Plastiktüte. Fast zu schade zum Einfrieren, sagte Eugen, einen derart riesigen Zander habe ich noch nie rausgeholt. So was nennt man Anfängerglück. Uli hatte anscheinend alle unsere Pläne vergessen, denn er präsentierte mir seinen fetten Fisch mit leuchtenden Augen. Ohne deinen Mann hätte ich das nie geschafft, versicherte er dankbar. Während ich Jonas ins Bett brachte, hantierten die beiden Männer in der Küche herum. Sie hatten beschlossen, den Zander auf der Stelle zum Abendessen zuzubereiten. Uli schälte Kartoffeln, Eugen nahm den Fisch aus und entfernte die Schuppen. Zu weiteren küchentechnischen Aufgaben war er allerdings unfähig. Es dauerte nicht lange, da saßen die beiden Angelkumpane biertrinkend im Wohnzimmer, während ich mit Tränen in den Augen den Fisch in der einen, die Kartoffeln in der anderen Pfanne briet. Man hatte mir einen hübschen Haufen schleimiger Eingeweide und sandiger Kartoffelschalen hinterlassen, außerdem verspritzte Kacheln und verschütteten Schnaps selbst stank in den Himmel. Bald ließen es sich die beiden schmecken. Eugen prallte mit früheren Erfolgen, Uli mit dem heutigen Fang. Ich saß dabei, aß kein Bissen und sprach kein Wort. Die beiden Männer trafen Verabredung für das nächste Wochenende, sie waren offensichtlich in kürzester Zeit dicke Freunde geworden. Natürlich blieb mehr als die Hälfte des Kapitalenfisches übrig, obgleich die Männer wie die Scheunendrescher zugeschlagen hatten. »Den Rest gibt's morgen«, schlug Eugen vor. Ich schüttelte den Kopf. Weder Jonas noch ich mochten ständig aufgewärmte Fischreste essen. Ich hatte dem Jungen für den nächsten Tag Schnitzel mit Pommes versprochen. »Lieber werde ich alles einfrieren«, sagte ich. Der Versuchung, den allseitig angesäbelten Fisch in den Mülleimer zu werfen, widerstand ich. Vorsichtig löste ich die Gräten heraus, zog die Haut ab und gab das Fischfleisch in den Mixer. Vermengt mit einem eingeweichten Brötchen, Salz, Curry, Kapern, fein gewiegten Zwiebeln und Creme Fraiche ergab es appetitliche Fischfrikadellen. Als ich sie gerade braten und anschließend einfrieren wollte, kam mir allerdings die zündende Idee. Behutsam entnahm ich dem Abfalleimer größere und kleinere Gräten und bettete sie liebevoll und unauffällig in die geformten Frikadellen. Dann erst wurde gebraten und gefroren, damit meine sportlichen Männer beim nächsten Ausflug ein Überraschungspicknick mitnehmen konnten. Frischer Salat und gebuttertes Vollkornbrot boten sich als perfekte Ergänzung an. Man war am nächsten Sonntag gerührt über das zünftige Picknickkörbchen, das ich vorbereitet hatte. Als liebende Gattin und heimliche Geliebte hatte ich außer den mit Salat und Tomaten garnierten Frikadellen noch rotkarierte Servietten, einen Salzstreuer und sogar kleine Schnapsfläschchen eingepackt, obwohl ein richtiger Angler in der Regel den eigenen Flachmann bei sich trägt. Meine anfängliche Wut auf Uli war inzwischen einer ungezügelten Rachsucht gewichen. Er hatte es tatsächlich gewagt, nach meinem vorwurfsvollen Anruf den Beleidigten zu mimen. »Dein Mann ist eigentlich sehr nett«, hatte er behauptet. »Ich verstehe gar nicht, was du gegen ihn hast? Gott sei Dank hat sich alles anders ergeben, als du es dir ausgedacht hast. Oder hast du etwa im Ernst geglaubt, ich könnte einen Mord begehen?« An diesem Sonntag musste ich wieder unendlich lange auf ein Lebenszeichen der Angler warten. Ich malte mir die verschiedensten Grätenkatastrophen aus, die von panikartigem Husten bis zu Erstickungsanfällen führten. Möglicherweise hatten sie jedoch bereits beim ersten Bissen die Gefahr und auch die böse Absicht erkannt und standen in wenigen Minuten mit gezücktem Hirschfänger vor der Tür. Eugen kam allein und brachte kaum einen guten Abend heraus. Erst auf meine eindringlichen Fragen erfuhr ich, dass Uli bereits zu Hause war. Auch am anderen Morgen benahm sich Eugen seltsam. Er verließ das Haus allzu zeitig ohne Frühstück und Gruß. Das Picknickkörbchen war weder in seinem Wagen noch in der Garage zu finden. Obgleich es mein Stolz fast verhinderte, rief ich Uli im Büro an. Er sei nicht zu sprechen, ließ mir die Sekretärin ausrichten. Als er eigentlich längst zu Hause sein musste, nahm er dort den Hörer nicht ab. Zwei Tage später las ich in der Zeitung, dass man im Naturschutzgebiet an einem kleinen See im Odenwald einen toten Förster aufgefunden habe. Als Zeuge werde der Inhaber eines Landrovers gesucht, da die Reifenspuren am Ufer von einem solchen Wagen stammen mussten. Ob Unfall oder Mord, könne erst nach der Obduktion festgestellt werden. Allerdings würden verschiedene Zeichen auf einen Tod durch Ersticken hinweisen. Rätselhaft sei außerdem der Fund von mehreren Schnapsfläschchen und den Resten eines Picknicks. Ich stellte Eugen zur Rede. Es müsse sich um den See handeln, den er mir gezeigt habe. Es seien auch sicher die Reifenspuren seines Rovers und das Picknick stamme aus meiner Küche. Ob ihn der Förster beim verbotenen Fischen entdeckt habe. Eugen brach zusammen. Der Förster bekam regelmäßig eine Spende. Für das unerlaubte Fischen zugesteckt. Man kannte und schätzte sich. An jenem verhängnisvollen Sonntag habe man die mitgebrachten Mahlzeiten ausgetauscht. Uli und Eugen erhielten Kapanossi, Landjäger und Schwarzbrot mit Gänseschmalz, während der Förster sich über die Fischfrikadellen hermachte. Als er nach einem grauenvollen Würge- und Hustenanfall erstickte, ohne dass sie ihm durch Rückenklopfen, Schütteln und Finger in den Hals helfen konnten, waren sie in blinder Panik geflohen. Aber nicht etwa nach Hause, sondern in eine Kneipe ganz in unserer Nähe. Wir mussten uns erst abreagieren, erklärte Eugen, der mir noch viel kleiner vorkam als sonst. Natürlich konnte ich mit keiner Seele über seine Beichte sprechen, denn meine eigene Rolle in diesem Drama durfte auf keinen Fall ans Licht kommen. Hoffentlich hielt Uli dicht. Wahrscheinlich haben wir die nächste Zeit alle drei unter schweren Träumen gelitten, haben jedes Telefon klingeln und jeden fremden Schritt an der Haustür als Bedrohung gedeutet. Aber nichts geschah. Weder Uli noch die Kripo meldete sich. Langsam begann ich nicht ständig an den toten Mann am See zu denken, den falschen Uli aus meinem Gedächtnis zu streichen und mich dem Alltag zuzuwenden. Jonas wurde demnächst eingeschult. Eine wichtige Sache für Mutter und Kind. Mehrere Monate waren verstrichen, als ich den Anruf einer fremden Frau erhielt. Mein Name tut nichts zur Sache, nennen Sie mich einfach Adelheit, sagte sie und deutete an, dass sie Dinge wisse, die von großer Wichtigkeit für mich seien. Falls ich das vorgeschlagene Stelldichein nicht einhalte, würde sie ein uns beiden bekanntes Geheimnis an die Öffentlichkeit bringen. Was blieb mir anderes übrig? In meiner Angst dachte ich allerdings nur, dass es eine Erpresserin sei, die mein Verhältnis mit Uli, das längst beendet war, meinem Mann verraten wollte. Ich musste wahrscheinlich zahlen. Jonas war bei meinen Eltern, Eugen war Angeln, ich saß in einem Café einer unbekannten Frau gegenüber, wohlweislich nicht in unserem Städtchen, sondern in einer benachbarten Großstadt. Die sogenannte Adelheit ließ hurtig die Katze aus dem Sack. Bei einem doppelten Espresso, warmen Apfelstrudel und einem Klacks Vanilleeis erfuhr ich, dass sie die Frau des verstorbenen Försters war. Anhand seiner Notizen hatte sie herausgekriegt, von wem die monatliche Spende stammte. Ihr Mann hatte sie überdies eingeweiht, dass er sich gelegentlich am See mit einem Spezi treffe, dessen Finanzspritze dem geplanten Urlaub in der Karibik zugutekomme. Als mir die Polizisten den Tod meines Mannes meldeten, brachten sie ein fremdes Picknickkörbchen mit und stellten es mir in die Küche. Während ich den Beamten Kaffee kochte, habe ich den Korb nebst Inhalt untersucht. Ich hatte damals den Verdacht, dass mein Mann vergiftet worden sei und nahm eine von den zwei Fischfrikadellen heraus. Man hört ja immer wieder, wie schludrig in den Labors gearbeitet wird. Wie eine unglückliche Witwe sah die Fremde nicht aus. Gut gekleidet, gut geschminkt, gut erhalten, stellte ich fest, und sie verstand es überdies lebhaft und fesselnd zu berichten. Aber was wollte sie von mir? Die Polizisten nahmen den Korb plus Inhalt wieder mit, als sie erfuhren, dass diese Dinge nicht aus unserem Haushalt stammten. Im Übrigen war mein Verdacht berechtigt, denn bei der chemischen Analyse wurde nur festgestellt, dass kein Gift im Fisch enthalten war. Bei der Obduktion hatte man sofort entdeckt, dass mein Mann letzten Endes an einer Gräte im Hals gestorben war, denn er erstickte an Erbrochenem. Also ein Unfall, Fischfrikadellen können naturgemäß ein paar Gräten enthalten, dachten die klugen Herren. Was habe ich damit zu tun? fragte ich und konnte nicht verhindern, dass fieberhafte Röte mein Gesicht überzog. Sie fuhr fort. Die Fischfars ist im Mixer püriert worden, das konnte ich sofort erkennen. Wären ihnen versehentlich ein paar Gräten hineingeraten, dann wären sie ebenfalls zu Muß geworden, wie jede Hausfrau weiß. Also war klar, dass sie die Gräten absichtlich, nachträglich und nicht mit liebevollen Gedanken hineinpraktiziert haben. Ich sah die Fremde jetzt voll an. Sie erwiderte meinen Blick ohne Vorwurf, ja mit leichter Bewunderung. Schließlich lächelten wir beide. Sie haben mir einen großen Gefallen getan, sagte sie, denn ich wollte diesen einfältigen Wild- und Wassermann schon lange loswerden. Nur hatte er mir bis dahin nicht den Gefallen getan, eine Lebensversicherung abzuschließen. Er meinte, es sei nicht nötig, als Beamtenwitwe sei ich gut versorgt. Das war bedauerlich, ich musste es zugeben. Wie stünden Sie in einem solchen Fall da? fragte sie teilnahmsvoll. Stolz konnte ich berichten, dass Eugen nicht so kleinlich war. Im Falle seines Ablebens war ich bestens abgesichert. Wir trafen uns noch mehrmals, bis der Plan ausgereift war. Es war schon Sommer, als sie anrief und mit geheimnisvoller Stimme den ängstlichen Eugen an den See lockte. Sie habe dort etwas gefunden, das ihm gehöre. Merkwürdigerweise vertraute sich Eugen mir an. Die Förstersfrau habe ihn an den See bestellt. Wahrscheinlich wolle sie ihn anhand seiner früher gemachten Zahlungen erpressen. Falls er nicht Punkt sieben zurück sei, solle ich Uli anrufen und meinem Mann zu Hilfe eilen. Leider könne er keinen Freund mitnehmen, denn die Frau habe ausdrücklich verlangt, dass er allein komme. Im flachen Teil des Sees hatten wir einen von Eugens Hüten über eine Weidenrute gestülpt. Wir lauerten beide im Schilfgürtel, hockten in einem niedrigen Kahn, trugen klobige Männerschuhe, um falsche Spuren zu hinterlassen, und tranken aus dem Flachmann des toten Försters. Eugen kam pünktlich, wartete in nervöser Aufregung, sah ständig auf die Uhr und entdeckte schließlich den Hut auf der Stange. Er wunderte sich offensichtlich und zögerte mindestens zehn Minuten, bis er sich die hüfthohen Gummistiefel anzog und ins Wasser wartete. Wir waren schnell zur Stelle. Mit den Rudern brachten wir ihn zu Fall, hielten seinen Kopf gebührend lange unter Wasser und übergaben ihn dann seinen geliebten Fischen. Der Urlaub mit Adelheid lässt sich gut an. Wir haben uns schick eingekleidet und die schönen reichen Männer der Karibik lassen sicher nicht lange auf sich warten. Stich für Stich Gelesen von Ursula Illert Es muss wohl in der Familie liegen. Meine Oma und meine Mutter haben auf Teufelkomm rausgestickt. Damals wurde eine solche Arbeit allerdings ernst genommen und nicht herablassend als Hobby oder Beschäftigungstherapie bezeichnet. Meine Großmutter hatte ihre gesamte Aussteuer, Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Nachthemden und Unterwäsche mit Monogramm versehen. Meine Mutter war Meisterin in Lochstickerei. Alles weiß in weiß. Wahrscheinlich haben sich beide dabei die Augen verdorben, obgleich mein Augenarzt sagt, das sei nicht erwiesen. Ob es sinnvoll ist, Löcher in weiße Tischtücher zu schneiden, um sie dann wieder halbwegs zuzusticken, sei dahingestellt. Ebenso, ob man auf jedem Küchentuch ein Monogramm braucht. Ich bin da ehrlicher und gebe zu, dass ich zum Vergnügen stecke. Und ich würde mich nie und nimmer mit weißen Löchern oder roten Monogrammen zufriedengeben. Langweilig, sage ich nur. Bunt muss es sein, fantasievoll und aussagekräftig. Meine Anfänge waren bescheiden. Nach vorgegebenem Muster stickte ich in Kreuzstich auf Stramien, Blümchen auf Schürzen, Blümchen auf Kaffee-Decken, Blümchen auf Sofakissen. Ein bisschen einfältig sah das allerdings aus, aber auch lieb und fröhlich und ich war schließlich noch sehr jung. Nach diesen Anfangserfolgen wurde ich mutiger und erlernte den Stil und Plattstich. Stundenlang konnte ich in Kurzwarenläden farbigen Twist oder Stickseide nebeneinanderlegen und Kombinationen zusammenstellen. Pfauenblau und Pfirsichrosa, Turkis und Honiggelb, Lachsrot und Schokoladenbraun, Silber und Nachtblau, Elfenbein und Jadegrün. Meine Kissenhüllen wurden nicht mehr in einfarbigem Grundton gehalten und mit verstreuten Röschen verschönert, sondern bestanden nur noch aus einem einzigen Blumenmeer. Aber die Krönung ist die Gobelin-Stickerei. Eine jugoslawische Kollegin zeigte mir einen Katalog, aus dem man die Vorlagen für berühmte Gemälde bestellen konnte, um sie dann in einjähriger Arbeit in ein eindrucksvolles Stickbild zu verwandeln. Ich war begeistert. Das Programm enthielt auch Muster für kleinere Arbeiten, wie etwa Bezüge für Fußschemel und Kleiderbügel, die sich als entzückende Geschenke verwenden ließen. Von da an gab es für mich nie mehr Abende vorm Fernseher, sonntägliche Spaziergänge, Kreuzworträtsel oder gar Kinobesuche. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, verrichte ich in Windeseile meine Hausarbeit, stelle mir ein Fertiggericht in die Mikrowelle, ziehe mir in den fünf Minuten bis zum Garwerden meine Büroklamotten aus und einen Jogginganzug an und stelle das Radio ein. Ich verschwende keine überflüssige Zeit für Telefonate, Einkaufsbummel, Zeitung lesen oder Familienbesuche. Soziale Pflichten gegenüber Kollegen oder Verwandten leiste ich mit einem weihnachtlichen Geschenk ab. Wenn Sie dann gestickte Buchhüllen, Bildchen, Lesezeichen, Duftkissen oder Teewärme erhalten, können Sie es kaum glauben, dass ich so viel Zeit in Freundschaft investiert habe. Wie viele Stunden haben Sie daran gesessen, fragen Sie jedes Mal. Ich führe Buch darüber. Je nach Verwandtschaftsgrad beziehungsweise nach kollegialer Verbundenheit rechne ich mit 20 bis 400 Arbeitsstunden. Das macht Eindruck. Sie behaupten, meine Gabe nicht annehmen oder nicht wiedergutmachen zu können. Nächstes Jahr solle ich es bitte lassen, das müsse ich versprechen. Dann lächle ich hintergründig und sage, mal sehen. Vielleicht hätte ich nie eine solche Leidenschaft für Handarbeiten entwickelt, wenn ich nicht mit 17 Jahren, als meine Altersgenossen im Sommer schwimmen und im Winter tanzen gingen, an Hepatitis erkrankt wäre. Ich musste mich schonen, zu Hause bleiben und viel ruhen. Es wäre wohl sehr langweilig geworden, wenn ich nicht zufällig im Nähkörbchen meiner Mutter eine angefangene Stickerei entdeckt hätte. Sie war etwas verwundert, dass ich Interesse an solchen Geduldsspielen zeigte, aber sie unterwies mich doch hinreichend, sodass mir dieses erste Stück ganz gut gelang. Übrigens blieb ich auch nach meiner Genesung ein wenig anfällig, eine sogenannte halbe Portion, kaum belastbar und schwierig im Umgang mit anderen Menschen. Die Buchhalterei erlernte ich ohne große Begeisterung, jedoch pflichtbewusst. Man kann sich auf mich hundertprozentig verlassen, darauf baut mein Chef. Außerdem wissen die Kollegen, dass sie mein Bedürfnis nach Ruhe und Alleinsein zu respektieren haben. Mein Zimmer wird nicht ohne triftigen Grund und schon gar nicht ohne deutliches Anklopfen betreten. Insgeheim werde ich bedauert, dass ich keine Familie habe, aber ich vermisse nichts, ob man es nun glaubt oder nicht. Im Gegenteil, es würde sich sehr störend auf meinen Feierabend auswirken, wenn ich mich nicht auf meine wirkliche Berufung konzentrieren könnte. Längst habe ich meine ersten Bilder, Pferde, Katzen und Alpenblumenmotive weggepackt. Falls ich nicht ein dekoratives, aber nützliches Geschenk hier stelle, beschäftige ich mich hauptsächlich mit klassischer Kunst. Im Wohnzimmer hängen ein gestickter Rembrandt, ein Lukas Kranach, ein Michelangelo, im Schlafzimmer Madonnen aus vier Jahrhunderten, in der Küche französische Impressionisten, um nur einige zu nennen. Leider habe ich gar nicht so viel Platz, um alle meine Träume in die Tat umzusetzen. Wie schön wäre es beispielsweise, Picassos Kind mit Taube über meinen Essplatz zu hängen, aber da prangen schon Morillos Traubenesser und Van Gogh Sonnenblumen. Übrigens habe ich bei dem genialen Holländer meine Lieblingserfindung zum ersten Mal realisiert, nämlich die Originalfarben verbessert. Goldgelbe Sonnenblumen kennt jeder, ebenso bräunlich verblühte, aber blaue sind absolut ungewöhnlich und dieses Gemälde hat durch meine Idee unendlich gewonnen. Inzwischen habe ich meinen Trick schon häufig angewendet und dadurch ganz neue und erstaunliche Effekte erzielt. Es hat mich allerdings tagelang verdrossen, als ich auf Franz Marx rote Pferde stieß. Der Kerl hatte doch just den gleichen Einfall wie ich, nur früher. Eine größere Wohnung wäre nötig, aber das ist leider auch ein finanzielles Problem. Ich trage mich mit dem Gedanken, eine Garage anzumieten. Dabei besitze ich weder Führerschein noch Auto. Aber es hat natürlich etwas Spektakuläres, vier fensterlose weiße Wände mit klassischen Gemälden in ein kleines Museum zu verwandeln. Bis jetzt habe ich bei meiner Suche leider noch keine Garage entdeckt, die meinen speziellen Ansprüchen genügt. Aber eines Tages gab es eine empfindliche Störung in meinem gleichmäßigen Lebensrhythmus. An einem Samstagvormittag fiel ich im Supermarkt um. Es war heiß und ich war in Eile, als es mir plötzlich schwarz vor den Augen wurde. Erst im Krankenwagen kam ich wieder zu mir. Mein Arzt, den ich lange nicht mehr konsultiert hatte, konnte zwar außer einem niedrigen Blutdruck nichts Bedenkliches feststellen, aber er ließ ich meinen Tagesablauf minutiös schildern. Dabei fiel es mir zum ersten Mal selbst auf, dass ich fast meine gesamte Zeit im Sitzen verbringe. Es sind nur wenige Schritte von meiner Wohnung bis zur Bushaltestelle und von dort ist es genauso nahe zum Büro. Der Arzt empfahl mir eine Kneipkur. In Bad Wörrishofen lebte ich ausschließlich meiner Gesundheit. Ich hatte mir, es klingt fast masochistisch, weder Stickrahmen noch Garn und Nadeln mitgenommen. Der Tag begann bereits im Bett mit einem heißen Heusack auf den verspannten Nacken. Noch vor dem Frühstück musste ich Wasser treten, musste mich anschließend massieren lassen und zweimal täglich zu einer Wanderung aufbrechen. Zum ersten Mal im Leben entwickelte ich einen gesunden Appetit, sodass ich nachmittags gelegentlich in einem Café einkehrte. Die kulturellen Angebote ließ ich links liegen. Ich war nicht hier, um mir Konzerte und Vorträge anzuhören. Außerdem hatte ich mein Radio und die Kopfhörer mitgenommen, denn für mein psychisches Gleichgewicht ist die stündliche Nachrichtensendung dringend erforderlich. Nach drei pflichtbewussten Tagen setzte sich eine Fremde im überfüllten Café zu mir an den Tisch. Ich hatte es bis dahin tunlichst vermieden, jammernde AOK-Patienten kennenzulernen und verhielt mich einsilbig. Aber die Dame ließ mit ihrem munteren Geplauder nicht locker und vereinbarte für den nächsten Tag einen gemeinsamen Ausflug. Wir besichtigten eine Falknerei. Mit Verwunderung stellte ich fest, dass es fast Spaß machte, zu zweit etwas zu unternehmen. Von da an bin ich kein einziges Mal mehr allein durch die Natur gestiefelt. Wie bereits gesagt, habe ich eine eigene Familie nie vermisst. Eine Freundin hätte ich mir jedoch gelegentlich schon gewünscht. Ich war in dieser Hinsicht allerdings übervorsichtig und beobachtete Gunda Mortensen mit zurückhaltender Achtsamkeit. Ein einmal gegebenes Du lässt sich schlecht rückgängig machen. Geschichten und Beichten aus der Kindheit oder dem Privatleben sind nicht mehr unser Eigentum, wenn wir sie vertrauensselig ausgeplaudert haben. Aber Frau Mortensen hatte selbst viel zu erzählen. Es fiel ihr gar nicht weiter auf, dass ich nur freundliche und verständnisvolle Kurzkommentare gab, mich selbst und meine eigene Welt aber ausklammerte. Auch über meine große Liebe zur Kunst verlor ich nie ein Wort. Drei Wochen sind schnell vorbei. Der Abschied fiel mir nicht leicht, obgleich ich andererseits meinem Zuhause und meiner Lieblingsbeschäftigung entgegenfieberte. Ich fühlte mich fit und voller Schaffenskraft. Gunda wollte mir schreiben. Sie wohnte nicht allzu weit entfernt, vielleicht ergab sich sogar irgendwann ein Besuch. Ich hoffte es sehr, wollte aber nicht mit einer direkten Einladung als aufdringlich gelten. Der Alltag hatte mich wieder voll im Griff, als ich eines Tages einen reizenden Brief meiner Wörishofener Bekannten erhielt. Sie schrieb hauptsächlich über sich, über ihr Leben als Witwe, über ihre Kinder und das erste Enkelchen. Es war eine mir fremde Welt, obgleich meine Kolleginnen Ähnliches zu berichten hatten. Nach einer angemessenen Frist habe ich geantwortet und von da an auf erneute Post gewartet. Bereits im nächsten Schreiben wurde ein Besuch angekündigt, der mich in große Erregung versetzte. Es hört sich wahrscheinlich ungewöhnlich an, aber außer meiner verstorbenen Mutter hat mich bis dahin noch niemals ein Gast in meiner Wohnung aufgesucht. Allerdings hatte ich auch nie eine Menschenseele dazu aufgefordert. Da ich noch drei Wochen Zeit hatte, konnte ich in Ruhe überlegen, wie man einen Gast bewirtet, was einzukaufen war und ob ich ein Hotelzimmer reservieren musste. Außerdem beschloss ich, Gunda Mortensen ein kleines Geschenk zu überreichen, natürlich kein gesticktes Bild, an dem ich mindestens 200 Stunden arbeiten müsste. Nur zu gut wusste ich, dass es feinfühlige Naturen in Verlegenheit brachte, wenn ich allzu viel Zeit für die Herstellung einer kleinen Überraschung verwendet hatte. Ich entschied mich für eine zierliche schwarze Seidenbörse mit einem gestickten biedermeierlichen Vergissmeinnicht-Kränzchen. Das Motiv hatte ich selbst entworfen und es geriet zu einem kleinen Meisterwerk. Kochen habe ich nie gelernt, ebenso wenig Kuchen backen. Ich scheute aber keine Mühe, mich mit dem Taxi in die beste Konditorei fahren zu lassen, um sechs verschiedene Torten und Kuchenstücke zu kaufen, für jeden Geschmack etwas. Joghurt Creme mit Obst, Frankfurter Kranz, Sacher oder Apfeltorte. Ich deckte den Tisch mit einer selbstgestickten Decke, andere besitze ich gar nicht, die ich bis dahin nie benutzt hatte. Sie gehörte noch in meine frühe Blumenepoche. Rosa Apfelblüten auf tannengrünem Grund, zartgrüne Blättchen und kleine Bienen lassen den gedeckten Kaffeetisch frühlingsfrisch und anmutig erscheinen. Gunda kam pünktlich. An der Wohnungstür reichte sie mir strahlend, fast erwartungsvoll die Hand. Der Flur ist ein wenig dunkel, meine dort hängenden Werke kommen kaum zur Geltung, ich konnte noch keine begeisterte Reaktion erwarten. Nachdem sie ihren Mantel ausgezogen hatte, führte ich sie ins Wohnzimmer, wo ich erst einmal mitten im Raum stehen blieb, damit sie in Ruhe die vielen Bilder auf sich wirken lassen konnte. Zwar ließ Gunda die Blicke schweifen, sagte aber vorerst nichts. Erst als ich ihr Kaffee einschenkte, kam die verblüffende Frage, sind die Stickereien alle von ihrer verstorbenen Frau Mutter? Ich gab keine Antwort, sondern legte ihr mein hübsch eingepacktes Geschenk auf den Teller. Sofort packte sie aus, Gott sei Dank mit sympathisch kindlicher Neugier. Wie gesagt, meine schön bestickte Geldbörse war ein Schmuckstück und wenn man das Blumenkränzchen genau ansah, dann entdeckte man in der Mitte Gundas goldenes Monogramm. Sie starrte darauf, zog die Brille aus der Handtasche und vergewisserte sich, dass da tatsächlich die Initialen G und M zu lesen waren. Ungläubig sah sie mich an. Haben Sie das etwa selbst gestickt? Herr Meyer? fragte sie tonlos. Ich nickte glücklich und verstehe bis heute nicht, dass sie schon nach zehn Minuten aufbrach und nie mehr etwas von sich hören ließ. Der gelbe Macho gelesen von Ursula Illert Wahrscheinlich war es von Oswald beabsichtigt, dass wir zufällig auf das Tierheim stießen. Wir hatten Urlaub und erkundeten mit den Rädern die nähere Umgebung unseres Hotels. Ich nehme an, mein Mann hatte längst auf einem Stadtplan alles ins Auge gefasst. Seine spontanen Ideen sind meist langfristig geplant. Es waren Osterferien. Reitwillig führte uns eine tiernerrische Schülerin zu den Hundeboxen. Verständlicherweise hatte das Mädchen seine Lieblinge. Die mürrischen alten Tiere, die uns keines Blickes würdigten, überließ sie ihrer barmherzigeren Schwester. Ohne zu verweilen brachte sie uns zu einer Hundemutter, die man trächtig an einer Autobahnraststelle ausgesetzt hatte und die nun hier ihre Jungen aufziehen durfte. Jeder weiß es. Wer nur andeutungsweise ein Herz im Leibe hat, dem steigt glückselige Rührung fast wie bei einem Kitschfilm als Wasser in die Augen. Ich verfiel sofort diesem Bild der reinen Lust, den wuseligen Wollkugeln, der besorgten Hundemama. Man suche dringend Abnehmer für die Kleinen, erklärte unsere Kustodin. Oswald muss es geahnt haben. Ich konnte mich kaum trennen. Ich sprach auf dem Heimweg kein Wort, aber es arbeitete in mir. Könnten wir nicht vielleicht, sagte ich abends im Bett. Er erlaubte es. Natürlich wollte er mich auf diese vergleichsweise billige Art von meinem Wunsch nach einem eigenen Kind ablenken. Wir waren seit sechs Jahren verheiratet. Er besaß aus erster Ehe bereits zwei, wie er behauptete, gut geratene Kinder. Anfangs hatten wir verhütet. Schließlich wollte ich nach einem langen Studium erst einmal im Beruf Fuß fassen. Aber als ich die Pille absetzte, sorgte er seinerseits dafür, dass ich nicht schwanger wurde. Es kam zum großen Krach. Nach langer Abstinenz schliefen wir nun wieder gelegentlich und etwas krampfig miteinander. Wahrscheinlich dachte Oswald, ein Hündchen würde meinem Muttertrieb genügen. Als wir Klärchen abholten, fragte Oswald nach der Rasse. Die Leiterin des Tierheims lachte. Sehen Sie sich die Mutter an. Sie ist durch und durch ein Bastard. Von Rasse kann man bei ihren Jungen schon gar nicht sprechen. Mir war das gerade recht. Immer wieder hört man, dass Mischlinge seltener degeneriert, jedoch klüger, lustiger und unkomplizierter sind als überzüchtete Rassehunde. Wir sind doch keine Rassisten, scherzte ich. Uns ist jeder Hund recht. Schäferhunde allerdings ausgenommen. Ich sah bei diesen Kampfmaschinen unwillkürlich marschierende Soldatenstiefel Polizei Diktatoren vor mir. Übrigens wurde der weitere Urlaub mit dem kleinen Hundekind ein Erfolg. Meistens hatte ich das schlafende Klärchen wie einen Säugling auf dem Schoß und ließ mir meinen Rock versauen. Alles drehte sich um sie. Es gab nichts, was mir mehr Freude bereitete als dem spielenden Winzling zuzuschauen. Nun, was soll ich lange reden, diese schöne Zeit ging schnell vorbei. Erstens mussten wir wieder arbeiten, zweitens wurde Klärchen rasch eine stattliche Clara. Morgens eilte Oswald zu seiner Kanzlei, ich zum Krankenhaus und Klärchen blieb jaulend im Haus. Extra ihretwegen musste Maria jetzt täglich kommen, mehr als Babysitter denn als Putzfrau. Obgleich uns Klärchens riesige Pfoten hätten warnen sollen, gestanden wir uns erst nach einem halben Jahr ein, dass ihr Vater ein Schäferhund gewesen sein musste. Clara hatte zwar die langen Eselsohren und den Ringelschwanz ihrer Mama, aber sonst war sie ihr keineswegs nachgeraten. Das Klischee vom Herrn Doktor in den besten Jahren, der mit einer jungen Krankenschwester anwendelt, ist nicht nur in vielen Arztromanen und Fernsehserien, sondern auch in der Realität anzutreffen. Unter meinen Kollegen habe ich so manche Romanze mit Happy End oder auch Tragödie beobachtet, wenn es zu Hause eine Frau und Kinder gab und im letzteren Fall streng verurteilt. Mein eigener Mann war bereits geschieden, als ich ihn kennenlernte. Deswegen traf es mich ziemlich überraschend, dass ich jetzt ganz persönlich etwas Ähnliches erlebte. Jens machte Zivildienst an unserem Krankenhaus. Er war zwar nicht 18, sondern bereits 20, aber auch bei diesem Alter hätte ich beinahe seine Mutter sein können. Ich beschloss, nie mehr Pauschalurteile über Liebende abzugeben. Jeder einzelne Fall hatte unterschiedliche Aspekte. Speziell bei mir wäre ohne die gute Clara alles anders gelaufen. Jens war flink und angenehm. Wenn ich ihm eine Aufgabe übertrug, dann wurde sie exakt und vorbildlich ausgeführt. Auch die Patienten liebten ihn. Er trug weder eine Rasterfrisur noch Ohrringe, weder Glocks noch umgedrehte Schirmmützen. Dafür besaß er einen kleinen gelben Hund, der nicht zu Hause, sondern im Auto die Mittagspause seines Herrn erwartete. Ich hatte Jens eines Tages ausführlich erklärt, worauf man beim Anlegen einer Infusion zu achten habe, als mein Blick auf die Uhr fiel. Ach Gott, sagte ich, wir machen später weiter, ich muss schnell heimflitzen, um meinen Hund auszuführen. Genau das hatte er seinerseits auch vorgehabt. Ich begleitete ihn zu seinem zerbeulten Wagen, sah den gelben Köter und bot spontan an, zu mir zu fahren, Klara abzuholen und mit beiden Hunden einen Spaziergang zu machen. Es war erstaunlich, dass sich Klärchen und Macho sofort gut verstanden. Seite an Seite, wie zwei Pferde im Geschirr liefen sie vor uns her. Fast schien es, als würden sie sich genau wie wir angeregt unterhalten. Als die Mittagspause beendet war und Jens die Autotür öffnete, sprang Macho mit einem geübten Satz auf den Rücksitz. Zu meiner Verwunderung tat Klara es ihm nach. Komm heraus, lockte ich, du musst nach Hause. Aber sie dachte nicht daran. Beide Tiere saßen nebeneinander auf der Bank und drehten uns sozusagen eine lange Nase. Von mir aus kann sie liegen bleiben, sagte Jens, falls wir gemeinsam Dienstschluss haben. So kam es, dass wir nun jeden Tag ein Mittagsgängelchen zu viert unternahmen. Die Hunde schienen vollkommen zufrieden, auf der haarigen grauen Wolldecke im R4 auf uns zu warten. Ich nahm nun, genauso wie Jens, das Dosenmal für Klara mit ins Krankenhaus und fütterte sie nicht mehr zu Hause. Jene Kollegen, die ebenfalls auf dem Krankenhaushof parkten, waren gerührt über die beiden schlafenden Gesellen, die sich stets eng aneinander zur Arbeit nahm. Im Grunde interessierte ihn das wenig. Für die Spaziergänge und das Fressen war ich zuständig. Aber auf einmal kamen ihm doch Bedenken. Eigentlich soll Klara unser Haus bewachen, meinte er. Dafür haben wir sie schließlich angeschafft. Wahrscheinlich hatte er beruflich gerade mit einem Einbruch zu tun. Maria ist jetzt täglich hier, sagte ich. Die ist furchterregender als Patienten und Hunde. Ich erfuhr, dass Macho ähnlich wie Klaras Mutter ein Findelkind war. Jens hatte ihn allerdings von einem Urlaub am Mittelmeer mitgebracht, wo er den kranken Welpen gefunden und aufgepäppelt hatte, um ihn schließlich heimzuschmuggeln. Macho bedeutet auch Spanisch so viel wie männliches Tier, erklärte mir Jens, während ich ihm klar machte, warum man nicht Herzversagen als sozusagen immer zutreffe. Eines Morgens erwartete mich Jens zwar wie stets am Parkplatz, aber der Gelbe war diesmal nicht dabei. Clara war sichtlich enttäuscht. Meine Freundin hat den Hund zum Tierarzt gebracht. Sie hat die ersten beiden Stunden frei. Macho wird geimpft. Ich fuhr zusammen. Erstens hatte Jens eine Freundin, warum eigentlich nicht? Und zweitens besuchte sie noch die Schule. ging ich etwas einsam mit der trauernden Clara spazieren. Ohne Machos Gesellschaft hatte sie ungern die lange Wartezeit verbracht. Jens hupte hinter uns. Er fahre jetzt heim, den Hund holen. Ohne zu fackeln stiegen wir dazu. Ich war äußerst neugierig auf seine Wohnung. Jens wohnte nicht mit seiner Freundin zusammen, aber Macho war bereits anwesend, also musste sie denn ich befand mich plötzlich in einem Zimmer, das mir die Jugendlichkeit seines Besitzers deutlich vor Augen führte. Regenwaldposter an den Wänden, Gardinen aus grünem Tüll mit Plastikblumen zu einer Sommerwiese arrangiert, eine Saxophonsammlung, ein Hochbeck mit zwei Kopfkissen, die Wäsche auf Körbe verteilt. In der Küche nicht der erwartete berg schmutziges Geschirrl. Jens lud mich zu einer Kaffee Klara zu einer kleinen Dose Futter ein. Jeder Hund bekam ein bemaltes Tonschälchen hingestellt, sie fraßen beide gierig. Als es zweimal klingelte, liefen Jens und Klara an die Wohnungstür, er um zu öffnen, sie um pflichtgemäß zu bellen. Eigentlich wäre das Machos Pflicht, dachte ich, hier in seinem Reich nach dem Rechten zu sehen. Aber er achtete nicht auf den Postboten, sondern machte sich blitzschnell über Klaras Fressen her. Als sie wieder in der Küche erschien, schluckte er heuchlerisch weiter an den eigenen Brocken. Klara merkte nicht, dass ihr Napf so gut wie leer war. Jens, dem ich von der kriminellen Tat seines Lieblings berichtete, wusste ähnliche Geschichten aus dem Tierreich zu erzählen. Er habe im Fernsehen einen Film über eine bestimmte afrikanische Vogelart gesehen. Diese Vögel hatten einen Wächter, sondern den Kopf nach allen Richtungen wenden und bei Herannahen eines Feindes einen Warnschrei abgeben sollte. Natürlich musste jeder einmal Wächter spielen, damit es gerecht zuging. Aber es gab gelegentlich schwarze Schafe unter den bunten Vögeln. Der Schrei wurde zwar ausgestoßen, der Schwarm flog erschreckt davon, aber der Feind fehlte und der falsche Wächter konnte sich ohne Konkurrenz voll interessanten Verhaltensforschungen gelesen. Als ich einmal behauptete, Clara habe sich voll Eitelkeit im Rückspiegel betrachtet, erfuhr ich, dass nur unsere Vettern den Menschenaffen dazu fähig sind. Woher will man wissen, ob sich eine Schimpansin in ihrem Spiegelbild wiedererkennt oder nur wie ein Wellensittich einen beliebigen Artgenossen darin sieht, fragte ich. Jens erklärte mir, dass die Forscher zu diesem Zweck bei Spiel und Spaß dem Affen einen roten Punkt auf die Stirn gemalt hätten. Viel später erst wurde ein Spiegel gebracht. Ein gebildeter Affe, der sich schon früher im Spiegel bewundert hat, bemerkt sofort, dass da etwas nicht stimmt. Mein Gott, wie sehe ich nur aus, das ist mir gerade zu peinlich, scheint er zu denken. Auf der Stelle wird er versuchen, das Schand mal abzuwischen. Wenn ich in die dunklen Augen von Jens schaute, dann war mir klar, dass ich mich bis über beide Ohren in ihn verliebt hatte, genau wie meine Hündin in den gelben Macho. Anfangs wollte ich das vor mir selbst herunterspielen. Ich bin kinderlos, dachte ich. Nun habe ich mir ein reichlich großes Baby angelacht. Wahrscheinlich brauche ich einen Gegenpol zu meinem alternden Oswald. Aber das war es nicht. Jens war jung, aber kein Kind, und seine dunklen Augen waren tief wie das Meer. Du liebe Zeit, wie hatte es mich erwischt, dass ich zu derart trivialen Vergleichen fähig war. Eine meiner Freundinnen behauptete, dass das bewusste siebte Jahr wirklich kritisch sei, denn fast jeder Mensch müsse sich alle sieben Jahre sowohl häuten als auch neu verlieben. Von der Zeit her stimmte es also, dass Oswald ausgedient hatte. Aber ich war mir nicht sicher, was Jens für mich empfand, schließlich war ich seine Vorgesetzte. Ich war 16 Jahre älter. Wir sagten noch nicht einmal du zueinander und er hatte eine junge Freundin. Ich müsste vor Scham vergehen, wenn er mich verblüfft zurückweisen würde. Also blieb es vorerst bei gemeinsamen Spaziergängen. Aber immer wieder versuchte ich Macho zu streicheln, wenn er sich dicht an seinen Herrn schmiegte. Clara wusste Bescheid und hielt zu mir. Es ging so weit, dass sie eines Tages nach Oswald schnappte. Er war fassungslos und trat ihr in den Hintern. Ich ergriff Partei für meinen Hund, der es gar nicht so gemeint hatte. Aber Clara entschuldigte sich keineswegs, kroch weder gekränkt in ihren Korb, noch warf sie sich demütig vor ihrem Herrn in den Staub und bot ihm Bauch und Kehle dar. Fast schien sie sich über unseren Streit zu amüsieren. Ja, ich meinte sie grinsen zu sehen. Im Übrigen war sie überzeugt davon, unter meinem Schutz zu stehen. Wir hatten einen neuen Leitwolf, von dessen Existenz Oswald nichts ahnte. Als wir beide, die Hündin und ich am nächsten Morgen ins Krankenhaus fuhren, sprach ich auf sie ein. Das ist nicht korrekt, dein Herrchen beißen zu wollen, sagte ich. Aber ich hätte gelegentlich auch Lust dazu. Gleich treffen wir unsere heimlichen Liebsten, aber du hast genauso gut einen Fehlgriff getan wie ich. Du bist ja beinahe doppelt so groß wie er. Hunde sind großzügiger als wir, hindern sie an der Liebe. Man kann viel von ihnen lernen. Oswald war eifersüchtig auf Clara, obgleich er das nie zugegeben hätte. Seit sie erwachsen war, hielt sie mich zwar nicht mehr für ihre Mutter, aber doch für eine Art große Schwester. Wenn wir allein waren, saß sie neben mir auf dem Sofa. Einmal nahm sie sogar in meinem Beisein einen Keks aus der Schale, aber nur einen einzigen und den auf überaus zierliche Art mit spitzen Zähnen. Clara, das geht nicht, sagte ich. Du bist nun einmal kein Mensch, auch wenn es dir so vorkommt. Mir schien, sie entdeckte erst durch ihre Freundschaft mit Macho, dass sie ein Hund war. Mein Mann pflegte, wenn er ärgerlich auf Clara war, zu sagen, wie der Herr so scher. Rein äußerlich war da etwas dran. Wir waren beide langbeinig, schlank, dunkelhaarig. Im Charakter waren wir uns vielleicht sogar noch näher, freundlich, aber unbeirrt unsere Ziele verfolgend. Macho dagegen sah seinem Herrn gar nicht ähnlich. Für einen kleinen Hund war er erstaunlich stämmig, die kurzen Haare waren glatt, das Benehmen ließ gelegentlich zu wünschen übrig. Macho musste im Jahre reichlich penetrant, dass er ein Rüde war und erwies sich als leidenschaftlicher Mäusejäger. Jens war feiner und sanfter. Er wollte demnächst Psychologie studieren. Oswalds fade Tochter lud ihren Vater zur Abifete ein. Komm doch mit, bat er. Da seine Ex-Frau in einer Kurklinik weilte und mit Sicherheit nicht auftauchen konnte, ließ ich Zu Oswalds Kindern hatte ich eigentlich kein Verhältnis und die Eltern der anderen Schüler waren sicherlich wesentlich älter als ich. Aus der Aula dröhnte uns Musik entgegen. Die Schüler hatten fantasievolle Dekorationen gebastelt. Ein besonders begabter junger Mann brillierte als Ansager. Nicht ohne Appetit sah ich, dass es Nudelsalat wie bei meinen ersten Geburtstagsfeiern gab, aber wahrscheinlich war das ein Entgegenkommen an die vielen Gebißträger unter den Gästen. Oswalds Tochter Desiree bestellte einen Walzer und tanzte mit ihrem Papa, weil sich sonst keiner für sie interessierte. Mit dem Nudelteller in der Hand stand ich am Rande der Ereignisse, als ich Jens erspähte. Offensichtlich hatte seine Freundin ebenfalls Abitur gemacht. Zur Feier hatte ich mein rotes Karmenkleid angezogen und plötzlich übermannte mich die dazugehörige südländische Leidenschaft. Ich griff mir meinen Jens, achtete nicht auf die dumme kleine Schnecke an seiner Seite und begann einen wilden Tanz, den mir wahrscheinlich weder Desiree noch Oswald oder Jens zugetraut hätten. Meine dunklen Haare klatschten uns um die Ohren und wir gerieten dank meiner athletischen Arme sehr eng aneinander. Irgendwann standen wir zwischen knutschenden Schülern im Pausenhof und küssten uns. Oswald war wahrscheinlich längst heimgefahren. Als ich endlich zu Hause war, schnupperte Clara mit Interesse an mir herum. Dann zeigte sie mir durch Kratzen an Oswalds Arbeitszimmer, dass er dort schlief. Okay, sagte ich, dann darfst du in sein Bett, aber bitte in aller Diskretion. Clara ließ es sich nicht zweimal sagen. Mich beschäftigte in jener Nacht weniger die Reaktion meines Ehemannes als die nächste berufliche Begegnung mit Jens. Im weißen Hosenanzug mit strengem Zopf und Hornbrille war ich dann wieder die Frau Doktor. Sollte ich mich auch als solche benehmen? Aber erst einmal war Sonntagmorgen und Oswald war sauer. Wie kannst du mich vor meiner Tochter so bloß stellen? Mein Gott, sagte ich, wann hast du das letzte Mal mit mir getanzt. Schließlich bin ich noch zu jung, um mit den Müttern dieser Kids übers Abspecken zu plaudern. Die Anspielung auf sein Alter und meine Jugend war ihm verhasst. Mir fiel dabei ein, dass ich rein rechnerisch genau zwischen Oswald und Jens stand. Wer war überhaupt dieser abstoßende Mohrenknabe, wollte mein Ehemann wissen. Desirée kannte ihn nicht. Ich war beleidigt. Jens war mindestens so schön wie der junge Nelson Mandela. Mir fiel als Antwort nur ein, er ist der Besitzer von Claras Freund Macho. Die Animositäten zwischen Clara und Oswald nahmen zu. Sie verweigerte ihm den Gehorsam. Ganz ungeniert saß sie jetzt auf dem Sofa, wenn er heimkam. Auf sein empörtes Runterda reagierte sie mit Knurren und Zähnefletschen. Obgleich ich etwas lasch meinen Hund zur Ordnung rief, sah ich doch mit heimlicher Freude, Oswald Angst vor ihr hatte. Ein geblecktes Hundegebiss war schon etwas Furchterregendes. Dabei wurde mir klar, dass ich für meinen Teil vertrauensvoll Hände, Kopf und Herz in Claras Rachen legen konnte. Jens spielte kein Theater. Vor allen Kollegen duzte er mich, während ich durch komplizierte Satzkonstruktionen diesen Punkt vermeiden wollte. Auf dem nächsten Spaziergang nahm er ganz unbefangen meine Hand. Wir wurden aber von unseren eigenen Angelegenheiten durch die Hunde abgelenkt. Macho trieb Clara vor sich her, schnüffelte ziemlich schamlos an ihrem Hinterteil und versuchte sie zu bespringen. Clara biss zu, sie wollte nicht. Selbst wenn ich Sexualtherapeutin und nicht Internistin wäre, hätte mich die ganze hektisch geile Aufgeregtheit der Tiere äußerst verlegen gemacht. Ach du liebe Zeit, sagte Wir mussten beide Hunde an die Leine nehmen, aber Machos Hächeln und Zerren, Klaras Knurren und Schnappen ging uns ganz schön auf die Nerven. Natürlich konnten wir sie nicht wie gewohnt zusammen in einen Wagen sperren. Aber die vorläufige Trennung war auch nicht richtig, denn der Hausmeister beschwerte sich, dass Macho auf dem Parkplatz wie ein Koyote heulte. Jens solle seinen Wagen eine Straße weiter parken. Obgleich es mir gar nicht recht war, musste ich Wir nahmen es uns gegenseitig übel. Ich, weil die Hunde den klatschsüchtigen Krankenschwestern gegenüber als Alibi für unsere gemeinsamen Spaziergänge dienten, sie, weil sie es inzwischen für ihr gutes Recht hielt, mich zu begleiten. Als ich abends heimkam, saßen ein Bernhardiner, zwei Dackel und ein graumilliertes Hinkebein in unserem Vorgarten. Sie waren unverschämt genug, hinter mir ins Haus hineindringeln zu wollen. Auch Oswald hatte es schwer, an den Belagerern vorbeizukommen. Clara thronte wie die Kaiserin von China auf seinem Fernsehsessel. Als mein Mann sie anherrschte, schlug sie die Augen zu mir auf und seufzte wie ein Mensch. Ich kann doch nichts dafür, schien sie zu sagen, und bequemte sich dann doch, den Sessel zu räumen. Am nächsten Tag hatte sich Jens krank gemeldet, die Sommergrippe grassierte. Es war eine öde Zeit ohne ihn, aber zum Glück kam ich vor lauter Arbeit kaum zum Schnaufen, geschweige denn zum Grübeln. Mittagspausen fanden überhaupt nicht statt, mehrere Kollegen fehlten. Ich kam ziemlich geschafft nach Hause und hatte wenig Lust, die einsame Clara zu bedauern. Unsere Spaziergänge fielen sehr kurz aus, erstens, weil ich zu müde war, zweitens, weil uns meist mehrere zudringliche Rüden verfolgten. Für meine Begriffe hätte Claras Läufigkeit nach zwei Wochen eigentlich zu Ende gehen müssen, aber so genau wusste ich es nicht. Schließlich wurde ich selber krank, wahrscheinlich hatte ich mich bei einem hustenden Opa angesteckt. Jens war gerade wieder im Dienst erschienen, anscheinend war es unser Schicksal, uns zu verpassen. Ich blieb im Bett, Clara lag im Korb daneben. Gelegentlich stieg sie auf die Eichentruhe und schaute zum Fenster hinaus, ob einer ihrer Freier den Sprung über den Gartenzaun schaffte. Im Grunde hatten wir es ganz gemütlich, denn es ging mir, abgesehen von einer unbestimmten kribbeligen Ahnung, nicht schlecht. Wir waren ungestört, denn ich hatte es Maria gern gestattet, ihren Freund auf den Kanaren zu besuchen. Ich sah dauernd auf die Uhr. Kurz vor eins lüftete ich das Schlafzimmer, putzte mir die Zähne, kämmte mich auf malerisch verschlafen, spritzte ein wenig Eau de Toilette ins Gelände und zog ein frisches Spitzenhemd an. Dann wartete ich gemeinsam mit Clara. Vergeblich. Am nächsten Tag die gleiche Prozedur. Schade, dass das beste Nachthemd nun schon erledigt war. Um zehn nach eins klingelte es und ich machte die Tür auf. Jens stand mit einem Sträußchen Krankenhaus Geranien und Macho an der Leine vor mir. Ich habe gehört, du bist jetzt auch krank. Fünf Minuten darauf lag das zweitbeste Nachthemd unter Oswalds Bett. Die Mittagspause war viel zu kurz. Als Jens sich anzog, war klar, dass er zu spät kommen würde. Bis morgen um die gleiche Zeit, sagte ich, und wir lachten glücklich. Dann rief er nach Macho. Wir hatten die Hunde ganz vergessen. Leider kam Jens diesbezüglich erst recht zu spät. Die Tiere betrieben es im Wohnzimmer und waren vorerst nicht zu trennen. Macho stand mit den Hinterbeinen auf Oswalds Fußschemel, wodurch er geschickt seine fehlende Höhe ausglich. Nach einem Monat fiel es selbst Oswald auf, dass Klaras Appetit unersättlich wurde. Hast du etwa nicht aufgepasst, fuhr er mich an. Beim Leben meiner Großmutter beschwor ich unsere Unschuld, aber heimlich gab ich Klara Lebertran, Kalzium und gelegentlich ein Ei ins Futter. Jens feierte gestern seinen Abschied vom Krankenhaus. Sicher, die Universitätsstadt liegt nicht aus der Welt, aber er will in eine Wohngemeinschaft ziehen und seine Heimat einschließlich der Freundin und der Adoptiveltern verlassen. Klara wird Macho nicht mehr treffen. Ich werde keine Mittagspausen auf der Wiese verbringen. Wir sind etwas betrübt, aber nicht allzu sehr, denn wir sehen beide Mutterfreuden entgegen. Klaras Junge werden niedliche bunte Hündchen werden, vielleicht mit gelben Punkten auf dem dunklen Fell. Beim Anblick meines Babys wird Oswald große Augen machen. Ich rechne mit einem verdammt brünetten Tar. Herr Krebs ist Fisch gelesen von Jochen Nix Wie sollten Sterne lügen können? Sie dienen zwar in der Wüste oder auf See zur Orientierung, aber ansonsten sind sie dumm wie Bohnenstroh. Wer nicht reden kann, wird schwerlich lügen können. So hatte ich jedenfalls bis vor kurzem gedacht. Wenn eine meiner ehemaligen Kommilitoninnen mein Horoskop nachlesen wollte, sagte ich im allgemeinen Sternzeichen Grottenolm Aszendent Wildsau. Später wurde mein harmloser Scherz bösartig kolportiert, Sternzeichen Lust Meuch Aszendent Schweine Igel. Als ich eine Stelle als Studienassessor bekam, war anfangs alles anders. Man hatte Respekt vor mir und machte keine lausigen Witze. Im Musikleistungskurs hatte ich außer zwei faden Jünglingen ein rundes Dutzend derart schöner Schülerinnen, dass ich zum ersten Mal im Leben mit meinem Beruf zufrieden war. Mit schälem Blick hatte ich früher meine Musikerfreunde beobachtet. Sie konnten improvisieren, spielten in einer Rockband und und Groupies liefen ihnen zu wie hungrige Kätzchen. Saxophon zieht temperamentvollere Mädchen an als Bach Trompete. Die schönste von allen hatte einen Esotik, was nicht unbedingt gegen Musikalität spricht. Sie spielte ganz nett Klavier, nahm Gesangsunterricht und war im Schulkor die Primadonna Assoluta. Wenn sie sich mit ihren Freundinnen unterhielt, dann ging es allerdings nur um Horoskope. Jeden Donnerstag holten sie sich in der großen Pause den Stern und lasen sich gegenseitig die Aussichten der nächsten Woche vor. Ich hatte ihre Frage nach meinem Sternzeichen wahrheitsgemäß beantwortet. Nicht immer stimmt der Spruch Nomen ist Omen, sagte ich, denn mein Name ist Thomas Krebs. De facto fühle ich mich durchaus wohl im Wasser, bin aber kein Krustentier, sondern Fisch, sozusagen ein toller Wozu die Groupies meiner Studienfreunde wahrscheinlich nie imstande wären. Im Geiste sah ich, wie Dankwart und Frankie bei so viel mädchenhaftem Charme meinen Pädagogenstatus beneiden würden. Mit ernsthaftem Ausdruck las sie vor, was der Stern diesmal für mich orakelte. Was sie hinter sich haben, ist schon nahezu vergessen. Fragend schaute sie mich an, ich nickte entzückt. Wir probten »Wach auf meins Herzens Schöne, Herz allerliebste mein« nach einem Satz von Johannes Brahms. Bei der Zeile »Seliges Tag und Stunde, darin du bist geboren« sah ich sie jedes Mal an, dann senkte sie verschämt den Blick. Natürlich weiß ich um den Zauber, den alle Sänger dieser Welt auf junge und alte Mädchen ausüben. Schon Orpheus konnte die wilden Tiere, die Steine und selbst den Tod betören. Wie viel leichter wäre es ihm bei einer Mädchenklasse gelungen. Leider bin ich nie ein Sänger geworden, obgleich ich mich redlich bemüht habe. Es blieb bei Bach Trompete für kleinstädtische Kirchenkonzerte und Klavier für den Schulgebrauch. Andernfalls hätte ich vielleicht eine unsterblich schöne Eurydike errungen. So hatte ich mich notgetrungen als Dauerverlobter bei einer treuherzigen Organistin breit gemacht. Nun gut, meine Greta war zwar keine Gerbo, aber ein zuverlässiger Kumpel, bezahlte ihre Zeche selbst, kochte, wenn auch etwas exzentrisch, nähte meine Knöpfe an und konnte sogar Reifen wechseln. Sollte ich mich beklagen? Meines Herzens Schöne war sie aber nicht. Immer wunderlich gekleidet, in roten Stiefeletten und Daffelcoat, auch bei Sonnenschein und mit plisierten Hosenröcken weder kurz noch lang. Es würde sich bestimmt kein zweiter Kandidat für sie interessieren. Zu diesem absonderlichen Outfit wollte ihre obsessive Leidenschaft für diverse Schönheitswässerchen Cremes und andere duftende Ingredienzen gar nicht recht passen. Ihr eigener Bruder hatte sie Greta Dieter getauft, aber nicht etwa, weil sie auf Früchtebrot mit Margarine, Hagebuttentee und Graupen bestand, im Gegenteil, sie hasste alle Körnerfresser und verbot mir mein Schüsli, weil sie keine Motten in der Küche duldete. Nein, Greta hatte den Tick zur Hauptmahlzeit nur Lebensmittel auf den Tisch zu bringen, die die gleiche Farbe hatten, wobei Safranreis mit Kürbis und Mais Hähnchen oder Rotkraut vermengt mit roten Bohnen und Corned Beef noch zu den kulinarischen Sternstunden gehörten. Ach, Greta, manchmal wäre ich dich ganz gerne wieder los geworden, denn wie um alles in der Welt konnte ich anbändeln, ohne dass sie es merkte und ohne dass sie strafversetzt wurde. Vorerst mussten weitere Sternensongs her. Ich konnte nicht gut Woche für Woche wach auf meins Herzens schöne proben. Eines Abends, als ich in unserer Wohnküche Grünkohl und Avocados mit grüner Soße löffeln musste, fragte ich Greta nach astralem Liedgut. Statt zu antworten, setzte sie sich ans Harmonium und spielte ein Potpourri. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, wie schön leuchtet der Morgenstern, weißt du wie viel Sternlein stehen, freudig Erd- und Sternenzelt, Halleluja, hör auf, befahr dich. Damit kannst du vielleicht einem Kindergarten, aber keinem Leistungskurs imponieren, bisschen flotter und nicht so fromm. Sie sang, du sollst mein Glückstern sein. Obwohl es furchtbar aus evangelisch spröder Kehle klang, hatte sie kein aus Bohorn Under a Wondering Star. Es war sinnlos und ich winkte ab, denn ich konnte ihr nicht gut den Zweck meiner Sternenlieder erklären. Greta war gekränkt. Nun habe ich ihm das ganze Firmament in die Küche geholt, aber der Herr ist immer noch nicht zufrieden. Geht es dir wirklich um die Astronomie AG deiner Schüler oder gar um eine Nova? Fast fuhr ich zusammen, denn der Vorname meiner Schönen lautete zufällig Ursula nach dem Sternbild des kleinen Bären. Vor zwei Jahren hatte mir Greta so etwas wie einen Heiratsantrag gemacht. Ob ich nicht finde, dass Greta Krebs lustig klinge, hatte sie schelmisch verlegen gefragt. Dabei sprach sie Krebs auf ihre norddeutsche Art übertrieben gedehnt aus. Ich konterte diplomatisch, dass man hier im sagen würde. Das hatte gewirkt. Sie war ja nicht dumm. Das Thema Heiraten war vorläufig vom Tisch. Aber ich wusste, dass sie sich Kinder wünschte, und zwar möglichst viele, damit man Hausmusik machen und Kanon singen konnte. Zu Anfang unserer Beziehung hatte sie mich hoffnungsvoll anzüglich Thomas-Kantor genannt. Das hatte ich mir aber ein für allemal verbeten. Glücklicherweise ließ sich Mendelssohn Bartholdi als Kuppler einsetzen. Wir sangen in der sechsten Stunde Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, was bei romantisch veranlagten Teenagern ja gut ankommt. Beim traurigen Ende Sie haben gehabt weder Glück noch Stern Sie sind gestorben verdorben Was sie es, die mir beim Wort Stern verträumt in die Augen schaute. Ursula liebt mich, fragte ich, und geriet eine Weile völlig aus dem Takt. Nach Beendigung des Unterrichts rief ich sie zu mir. Sie haben sowohl eine schöne Sing- als auch Sprechstimme, Ursula, begann ich, aber das wissen Sie ja selbst. Ich wünsche mir, dass Sie eine ganz besondere Aufgabe übernehmen. Hätten Sie den Mut, bei der Abiturfeier Ihres Bruders ein Rezitativ vorzutragen? Vielleicht aus Heidens Schöpfung? Die Proben sollten bei mir zuhause stattfinden. Ganz aufgeregt wälzte ich uralte Noten aus meiner Studentenzeit. Mit dem Chor würde ich, damit es nicht wie ein abgekatertes Spiel aussah, den Satz »Die Himmel erzählen, die Ehre Gottes« und seiner Hände Werk zeigt an, das Firmament einstudieren. Das vorausgehende Rezitativ sollte Ursula übernehmen. Bei den Worten »Den ausgedehnten Himmelsraum ziert ohne Zahl der hellen Sterne Gold«, würde ich sie anlächeln. Nach einigen Proben, die ich möglichst so legen würde, dass Greta nicht im Hause war, wollte ich meiner schönen nah und näher kommen. Als es endlich soweit war und Ursula an unserer Haustür schelte, war ich aufgeregt wie ein Peneler. Wohl aus Verlegenheit sah sie mich nur flüchtig an, entdeckte aber sofort das Harmonium in der Wohnküche. »Machen Sie auch Kirchenmusik?« fragte sie. »Nein, nein«, beeilte ich mich zu versichern, »das Instrument stamme aus dem elterlichen Pfarrhaus.« Mein Vater, Lokführer im vorzeitigen Ruhestand, würde vom Wunder seiner akademischen Karriere wohl nie erfahren. Bei dieser ersten Probe gab sich Ursula zwar viel Mühe, aber es war natürlich nicht zu überhören, dass sie keine erfahrene Oratoriensängerin war und keineswegs vom Blatt singen konnte. Zu meinem Befremden sah sie mehrmals auf die Uhr. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihr nach der Probe ein Gläschen Wein anzubieten und sie in ein privates Gespräch zu verwickeln, etwa so. Im kommenden Jahr werden wir für ihre eigene Abitur Feier proben. Was haben sie für Pläne? Ich nehme an, dass sie Musik studieren wollen. Und bei dieser Gelegenheit könnte ich ihr Ratschläge zur Wahl einer geeigneten Hochschule geben, ihr von eigenen Erfahrungen berichten und sie schließlich beim Betrachten von Fotos aus meiner Studentenzeit auf das Sofa lotsen. Aber mitten im Singen klappte sie nervös die Noten zu, die Stunde war auf die Sekunde genau abgelaufen. So eilig? fragte ich verunsichert. Sie wolle auf eine Party, behauptete Ursula, und ob sie vorher noch mal aufs Klo dürfe. Ich wies auf die Toilettentür und blieb anstandshalber nicht direkt davor stehen. Ursula war in Nullkommanichts fertig, griff im Flur nach Jacke und Plastiktüte und bemerkte kühl. Ich wusste gar nicht, dass sie verheiratet sind. Bei ihrer Feststellung roch ich plötzlich Gretas Parfum auf fast penetrante Weise an meiner Schülerin. Aber ganz im Gegenteil, sagte ich mit Nachdruck. Ich sei leider immer noch ein Junggeselle, lebe aber aus reihen praktischen Gründen in einer Wohngemeinschaft. Ach so, sagte sie und war schon fort wie ein Wandering Star. Kurz darauf und viel zu früh kam Greta nach Hause. Auf die Musikschule war überhaupt kein Verlass mehr. Immer wieder viel Unterricht aus. Sie schnüffelte bereits in der Diele. Seit wann nimmst du mein die Wein? fragte sie. Ich hätte Lügen und es zugeben sollen, aber geistes gegenwärtig war ich nie gewesen. Tut mir leid, sagte ich, dein Parfum Flacon ist mir hingefallen. Kaputt? fragte sie. Nein, nein, reg dich nicht auf, nur ein paar Tropfen verschüttet. Greta war nicht dumm, ich sagte es schon. Aus einem Zerstäuber fließen keine Tropfen heraus, sagte sie und hatte wahrscheinlich recht. Ihr Blick schweifte misstrauisch durch den Raum. Wieso liegt der Stern auf meinem Hormonium? Ich fand ihr Wortspiel längst nicht mehr so lustig wie vor fünf Jahren, als sie mich gelegentlich zu Füßen ihres muffigen Instruments auf meinem ergrauten Flucati verführte. Sie griff sich die Zeitschrift und las belustigt ihr eigenes Horoskop. Am Donnerstag werden sie eine große Überraschung erleben. Nachdem sie sich eine Stunde lang in der Badewanne eingeweicht hatte, begann Greta endlich mit der Vorbereitung unseres Abendessens. Sie briet Auberginen in Öl, mischte Grießbrei mit Blaubeeren, um die gewünschte Tönung zu erreichen und schnipselte Pflaumen als Beilage. Plötzlich überkam ich ein Anfall von Verzweiflung und Frost. Fleisch, schrei ich, heute will ich Fleisch! Sie war nicht so leicht aus der Fassung zu bringen, öffnete prüfend das Tiefkühlfach und entdeckte ein vergessenes in der Blechdose mit den Lebensmittelfarben. Es geht mir völlig gegen den Strich, murmelte sie, total unsportlich. Als das blau gefärbte Schnitzel in der heißen Pfanne schmurrte und mir der Duft verführerisch in die Nase stieg, begann sie mich zu erpressen. Ich esse es selbst, wenn du mir nicht sofort verrätst, wer mit meinem Parfum geast hat. Der Tankwart, sagte ich Sie ungläubig? Nein, mein alter Freund Dankwart, der Saxophonspieler. Greta war auch darüber völlig verblüfft. Wer hätte das gedacht? Aber andererseits, er trug schon immer einen Ohrring. Nach dem Essen verlief der weitere Abend ganz friedlich. Greta hatte sich den Stern geangelt und machte sich mit großer Lust an die Lösung des Kreuzworträtsels. Beim Studieren der Kochrezepte geriet sie sogar Bewegung. Im Süden von Frankreich wachsen Trüffelkartoffeln. Wusstest du das? fragte sie. Ein Püree daraus hat die Farbe von kandierten Feilchen. Das eröffnet mir völlig neue Perspektiven und Kombinationen. Aber als wir schließlich ins Bett gingen, hatte sie doch wieder eine steile Sorgenfalte über der Nase. Das hat etwas zu bedeuten, sagte sie, und ein Psychologe würde sicher keinen Grund dafür finden, dass sich Dankwart in meinem teuren Divine gewälzt hat. Vielleicht will dein Freund meine Rolle besetzen und sich auf geruchlicher Basis an dich heranmachen. Ich ließ sie in diesem Glauben. Immer noch besser, sie hatte Dankwart im Verdacht als eine andere Frau. Die nächste Gesangsprobe hatte ich eine Stunde früher angesetzt, damit mir Greta auf keinen Fall in die Quere kommen konnte. Diesmal erschien meine schöne zu spät, ließ mich einfach wie einen ungeduldigen Freier warten. Ich stand abwechselnd am Fenster und späte hinaus oder eilte vor Obgleich ich im Collegium der Jüngste war, hielten mich meine Schüler wahrscheinlich für einen alten Knochen, schließlich war ich doppelt so alt wie die meisten von ihnen. Beim Singen würde Ursula stehen, während ich am Klavier sitzen musste. Sie sah dann von mir nicht viel mehr als mein allzu früh gelichtetes Haupt. Weder meine unergründlichen Augen noch mein gebräunter Teint oder gar mein jungenhaftes Gel aus einer von Gretas fragwürdigen Tuben auf den kahlen Nordpol, um den Sitz einer seitlich hergezogenen Haarsträhne zu fixieren. So sah es aber auch nicht gut aus, sagte mir der Handspiegel und gerade in diesem Moment klingelte es natürlich. Diesmal strahlte mich Ursula an wie Sonne, Mond und Sterne. Sie zog die Illustrierte aus ihrer Plastiktüte und las mir vor ein neues Spiel beginnt freuen sie sich auf Donnerstag galt das nun mir oder ihr selbst sie lachte für das Sternbild Pisces sagte sie gebildetes Mädchen dachte ich und wollte mich auch ein wenig profilieren meine liebe kleine Bärin sie haben mich immer noch nicht über ihr eigenes Sternzeichen in Kenntnis gesetzt sagte ich lassen sie mich raten Sagittaria eine Schützin die wie der römische Liebesgott mit ihrem Pfeil ins Herz trifft oder Lea eine Löwin die nur von einem starken Mann gebändigt werden kann wir wollen jetzt singen sagte sie mit großer Ernsthaftigkeit und Konzentration machte sie sich ans Werk zufrieden stellte ich fest dass sie sich vorbereitet hatte loben 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 dachte ich das ist der Schlüssel zum pädagogischen Eros nach einer dreiviertelstunde tat ich meine Begeisterung über ihre Leistungsbereitschaft und hohe Begabung kund und schielte begehrlich zu Ursulas Busen hoch in diesem Moment ließ die jugendliche Sängerin mit einem entsetzten Klagelaut ihre Noten fallen was denn sei fragte ich leicht verstimmt schon wieder eine Party sie haben da drückste sie herum ich glaube fast bei ihnen bricht gerade eine furchtbare Krankheit aus wie kommen sie darauf Ursula deutete auf meinen Kopf und Ekel stand ihr ins Gesicht geschrieben Hautkrebs diagnostizierte sie unsicher ich rannte ins Bad und begutachtete meinen Schädel Kretas geheimnisvolle Creme hatte eine seltsame Gallatschicht auf meinem Kopf gebildet die sich überdies schuppig aufwirbte hektisch riss ich die Tube aus dem Regal dabei polterten auch andere Artikel Schönheitsmaske nach etwa 20 Minuten mit einem feuchten Tuch abnehmen als ich gereinigt wieder ins Zimmer trat war Ursula verschwunden im Geist hörte ich sie bereits mit ihren Freundinnen telefonieren Nomen Estomen Herr Krebs hat Krebs pfeifend kam Greta nach Hause warf mir ihre Baskenmütze zu und zeigte in gleichem Maße gute Laune wie ich es nicht tat Laus über die Leber gelaufen fragte sie gleich geht's dir besser denn ich habe Leber ohne Laus mitgebracht die ich rosa braten und mit preiselbeeren und gedünsteten quitten anrichten werde schon allzu oft hatte ich gegen ihren monochromen Tick Front gemacht zermürbt von jahrelangen Kämpfen hatte ich längst aufgegeben die Alternative wäre nämlich gewesen dass ich eigenhändig hätte kochen müssen bevor Greta aber im Bad verschwinden konnte kam ich ihr zuvor verschloss die tube und legte alle tigel und töpfe ins regal zurück warten saß Greta am küchentisch und las ihr horoskop die spontane idee die sie am freitag haben sollten sie sofort in die tat umsetzen es wird sich für alle beteiligten vorteilhaft auswirken sie versank ins grübeln offensichtlich überlegte sie sich noch vor dem baden und kochen eine spontane idee für morgen freitagnachmittags betreute ich das schulorchester die älteren kollegen waren mit einem günstigeren stundenplan bedacht worden ich kam erst gegen sechs nach hause und traf greta beim verwirklichen der astrologischen aufgabe an sie putzte silber polierte gläser und gab lächelnd zu dass sie besuch eingeladen hatte wen sag ich nicht überraschung es schien sich jedoch nicht um eine größere abend gesellschaft zu handeln denn sie hatte nur drei fisch bestecke herausgelegt als der tisch gedeckt war die kerzen brannten und greta sogar einige kapuziner blüten gefällig auf der lachsfarbenen tischdecke verstreut hatte kam der geheimnisvolle besuch zu meiner verwunderung war es dankwart er hatte seinen pferdeschwanz mit einer schwarzen samtschleife zusammengebunden eine neue knackige lederhose angezogen und sah ein wenig wie carl lagerfeld aus viel schicker als sonst es fehlte bloß noch ein fächer ganz gegen ihre sonstigen gewohnheiten küßte greta den gast auf den mund mir war nicht ganz wohl in meiner haut denn ich wusste absolut nicht was sie im schilde führte nach einem glas sherry bat sie zu tisch auf dank dank serviette lag ein kleines päckchen für mich fragte er erstaunt greta nickte ich war gespannt als er es auswickelte was ist das fragte er rasierwasser nein sagte greta es ist die wein das du genauso liebst wie ich dank schaute mich fragend an ich wurde feuerrot da mich greta stets im blick hatte konnte ich nicht erklärend an meine Stirn tippen mein freund sprühte sich zaghaft etwas parfüm auf den ärmel und sagte höflich wunderbar vielen herzlichen dank leider konnte der arme dankwart aus kretas verhalten auch weiterhin nicht klug werden denn sie sprach die rätselhaften worte nun duften wir beide gleich so wie du es dir gewünscht hast dann begab sie sich in die küche um das essen aufzutragen ich rannte hinterher bist du verrückt geworden willst du den armen karl bloß stellen nur weil er ein paar tropfen von deinem duft geklaut hat zischte ich und trat mit dem fuß die küchentür zu damit dankwart uns nicht hören konnte im gegenteil sagte greta es war ein ebenso spontaner wie genialer ein fall der arme karl ist einsam lebt allein sehnt sich nach geborgenheit um dir näher man keinerlei vorurteile hat sondern ihn versteht und mag dankwart und einsam fast jeden monat hatte er eine neue braut mit seinem saxofon konnte er jede frau aus ihrem bett heraus und in seines hinein locken was sollte er davon halten dass ihm greta ein teures damen parfum schenkte und ihn zu einem dinner for three einlud er wird denken du hast sie nicht alle greta bettete den orangefarbenen chinesischen zierkarpfen und die gedünsteten mandarinen auf eine ovale platte und drückte sie mir in die hand sie selbst folgte mit einer schüssel voll glasierter karotten zum nachtisch gab es rübli kuchen wo gibt es solche großen goldfische zu kaufen fragte dankwart andächtig greta schmunzelte zu kaufen direkt nicht aber im schloss war ja tummeln sich hunderte was hast du eigentlich wie ein stern zeichen das thema war unverfänglich greta behauptete sie habe in ihrem bisherigen leben überhaupt nichts auf horoskope gegeben sei aber inzwischen eines besseren belehrt worden seit sie im stern ihr wochen horoskop lese habe sie noch nie etwas unzutreffendes entdeckt alles stimme haarklein und sie richte sich in letzter zeit nach den jeweiligen empfehlungen oder warnungen und fahre gut damit auch der heutige abend sagte sie und grinste dankwart herausfordernd an sei auf diese weise zustande gekommen sie tranken sich zu eine gräte im zahnfleisch sowie der anblick des blank gesäbelten fischgerippes wurden mir nach einiger zeit unerträglich und weil es kein anderer tat trug ich eigenhändig das stinkige geschirre in die küche als greta und dankwart mir schuldbewusst mit schmutzigen schüsseln folgten klingelte das telefon in der diele greta neugierig wie sie nun einmal war spritzte davon du hast es gut sagte dankwart ich kannte deine freundin bisher ja nur oberflächlich sowas von originell und liebenswert im gegensatz zu mir musst du überglücklich sein ich war verblüfft na du kannst dich doch am aller wenigsten beklagen sagte ich mein Gott vor reihe bei meinem auftritt echt süß sagten aber inzwischen kann ich es nicht mehr hören in unserem alter will man einen geordneten haushalt und ein geregeltes liebesleben bevor ich kretas kräte entfernt und mich von meiner verwunderung erholt hatte gesellte sich die superköchin wieder bestimmt war es die besorgte ursula die mich ihrer anteilnahme und zuneigung versichern wollte ich wurde so böse auf greta dass dankwart ihr zur hilfe kam wenn schüler so spät am abend anrufen dann ist das eine unverschämtheit man darf diesen kids noch nicht einmal den kleinen finger reichen sonst wird es rasch eine selbstverständlichkeit dass lehrer zu jeder tages und nacht zeit verfügbar sind greta drehte mir eine nase holte eine flasche sekt und schenkte ein fisch will schwimmen behauptete sie und erschien mir reichlich überdreht hast du dein saxofon dabei fragte sie meinen freund wir könnten doch ein bisschen musik machen natürlich trug dankwart sein instrument bei einer essenseinladung nicht mit sich herum aber er setzte sich unverzüglich an unser klavier tat so als ob es ein keyboard wäre und fing an zu improvisieren neidisch stellte ich wieder einmal fest dass mir das nicht gegeben war und auch keiner nach meiner trompete fragte greta juckte es sichtlich in den fingern ich hatte angst dass sie von der küche aus ihr harmonium traktieren würde um sich in dankwart rhythmen einzureihen so weit ging sie zwar nicht aber sie drohte irgendwo liegt doch meine olle blöd flocke und nach kurzem kramen in der handschuh schublade fand sie ihre flöte und legte los so heißblütig und vital hatte ich greta noch nie erlebt außerdem hätte ich mir nicht träumen lassen dass man auf einer blockflöte etwas anderes als hänschen klein spielen konnte als schließlich unsere nachbarn mit dem besen an die wand klopften musste das hauskonzert abgebrochen werden leider nahm dankwart dieses signal nicht zum anlass sich davon zu schleichen greta öffnete die dritte flasche shampoos armes krankes hascherl sagte sie und fuhr mir grob über den kopf der auf dem küchentisch ruhte vielleicht solltest du dich schon mal hin legen du siehst reichlich weg aus dankwart schaute zum ersten mal an diesem abend auf mich herunter wobei er überrascht feststellte früher hattest du mehr Haare dann erzählte er von unserem ehemaligen studienkollegen frankie dass er eine jamaha schule eröffnet habe und jetzt wegen verführung einer minderjährigen im knast sitze geschieht ihm recht rief greta für alte knacker die nach frisch fleisch gieren kann ich nicht das geringste verständnis aufbringen in der musikschule habe ich eine kollegin die man gelegentlich mit einem 18 jährigen waldhorn schüler im artbrüde und intolerant bist schrie ich das ist derselbe geist der einen vater des missbrauchs beschuldigt wenn er mit seiner vierjährigen tochter in der badewanne planscht kennen wir doch aus der zeitung dieser spießer die in den harmlosesten beziehungen gleich unmoral wittern der getretene hund beißt zurück konterte greta dankwart sah mich verwundert an dann erhob und verabschiedete er sich rasch ich ich glaube fast dass ich ihn umgepolt habe sagte sie er hatte insgesamt viel mehr interesse an mir als an dir sollte sie sich ruhig einbilden sie hätte eine eroberung gemacht ich war jedenfalls froh dass sie keine weiteren anspielungen auf hübsche schülerinnen machte seit meiner referendarzeit hatte sie einen sechsten sinn für meine geheimsten träume entwickelt als ich am darauf folgenden montag den Musikraum betrat musterten mich gieriger Befangenheit um meine Gesundheit zu demonstrieren erwähnte ich ganz nebenbei eine zweitägige Radtour die ich am Wochenende unternommen hätte zu spät fiel mir ein dass mir eines der beiden pickeligen Jüngelchen in der Nachbarstadt bei C&A begegnet war falls er sich ebenfalls erinnerte und seinen Kameraden von meinem Kauf eines karierten Hemds erzählte würden sie mich wahrscheinlich für einen todkranken Meister der Verdrängung halten Bei der nächsten Sonderprobe erklärte ich meiner Herzensschönen dass ich wegen einer leichten und völlig harmlosen Hautreizung eine spezielle Creme benutzen musste deren Reaktion auf meinem Kopf vielleicht einen irritierenden Eindruck hinterlassen habe sie schien mir zu glauben setzte sich nach Ablauf der Stunde sogar freiwillig zu mir an den Küchentisch lehnte jedoch ein Glas Wein erschrocken ab sie sei leidenschaftliche Teetrinkerin also suchte ich eine Kanne und kramte in Gretas Vorräten bis ich auf eine rote Teesorte stieß dann fragte ich Ursula nach ihrer Lebensplanung sie habe bis zum Abi ja noch ein ganzes Jahr Zeit sagte sie dagegen sei ihr armer Bruder schon bald mit der Qual der Wahl konfrontiert zuvor jedoch mit dem anstehenden Abitur samt ich kann im Nachhinein gar nicht mehr sagen wie es geschah aber irgendwie entlockte sie mir das Abitur Thema für ihren Bruder erahne ja bereits dass es um Schuberts Liederzyklus die schöne Müllerin gehe sagte sie und ich fuhr fort stimmt genau wie ich ihn kenne wird er meine Fragen mit Bravour beantworten können denn es geht mir um die Motivik der Klavierbegleitung im Allgemeinen und im Besonderen Welches Lied im Besonderen fragte sie und sah mir tief in die Augen ich pfiff das Wandern ist des Müllers Lust und sie schenkte mir ein bezauberndes Lächeln dann verschwand sie wieder so rasch wie Aschenputtel nach dem großen Ball verlor aber keinen Pantoffel sondern vergaß im Flur eine Plastiktüte Greta kam wie fast immer fröhlich nach Hause sie erzählte stolz dass sie in der Volkshochschule in Vertretung einer schwangeren Kollegin den Kurs das Spiel auf der Sopranblockflöte Fortgeschrittene leiten werde schon lange war es ihr Wunsch auch außerhalb der Musikschule Unterricht zu erteilen abgesehen davon habe sie nun die Möglichkeit selbst kostenlos Kurse zu besuchen sie schwanke noch zwischen Schleiertanzfantasien und Schlemmerfeste im Freien und nach dieser frohen Botschaft packte sie endlich die Lebensmittel aus ihrem Korb und sorgte für Ordnung in Küche Bad Schlafzimmer und Diele mir fällt nie auf wenn etwas herumliegt fürs aufräumen war Greta zuständig mit Luxaugen entdeckte sie sofort alles was auch nur im geringsten auf die Spur einer anderen Frau hinwies eine dritte Tasse in der Spülmaschine eine Haarklammer im Bad das rasche Auflegen eines ungenannten Anrufers stets interpretierte sie solche Belanglosigkeiten als Beweis meiner Untreue Im Fall Ursula war es aber leider noch nicht zu einer Annäherung sondern bloß zu drei Gesangsproben gekommen als Greta die Plastiktüte im Flur erspähte Ich las gerade in aller Seelenruhe die Zeitung als ich durch ein unheilvolles Knurren aufgeschreckt wurde Greta hatte den Inhalt der Plastiktüte auf den Küchentisch geschüttet und untersuchte mehrere triviale Gegenstände mit kriminalistischem Eifer Vor ihr lagen Noten ein Lippenfettstift ein Müsli-Riegel und eine leere Cola-Dose eine Packung Tempotücher und ein Notizbuch das wohl als Terminkalender diente Greta dachte gar nicht daran mir das schwarz-rote Büchlein auszuhändigen sondern las laut Ursulas Name und Anschrift vor denn anscheinend war alles ordentlich auf dem Deckblatt vermerkt Dann studierte sie aufmerksam sämtliche Eintragungen meiner Schülerin Als sie endlich fertig war schob sie mir das kleine Buch über den Tisch und sah mich dabei an wie einen überführten Kinderschänder Ich blätterte dreimal stand von zarter Hand geschrieben bei Thomas Niemals hatte mich Ursula mit dem Vornamen angesprochen Stets hatte sie völlig korrekt Herr Krebs und sie zu mir gesagt Einerseits besagte die Formulierung dass sie in Gedanken bereits eine gewisse Intimität zu mir hergestellt hatte Andererseits hatte Greta nun einen mutmaßlichen Beweis für meine Charakterlosigkeit in der Hand Du weißt doch selbst am besten versuchte ich mich zu rechtfertigen dass junge Mädchen Traum und Wirklichkeit nicht auseinander halten können Greta meinte höhnisch Du gibst dich also jeden Donnerstag mit einer Schizophrenen ab? Ich antwortete nicht und blätterte weiter Krebs ist gleich Fisch ist gleich Fischschuppenkrankheit stand im Anhang zu lesen zu lesen Sollte wohl witzig sein Mit Greta war heute weniger zu spaßen Mit finsterer Miene nahm sie Daffelkot und Baskenmütze vom Haken und verließ wortlos das Haus Gekocht hatte sie noch gar nichts wenn auch gewisse Einkäufe auf ein geplantes wollweißes Essen hinwiesen Teltower Rübchen Basmati Reis und Hühnerbrust Sollte ich selbst kochen? Sollte ich Ursula anrufen und ihr mitteilen dass sie ihren Krempel vergessen hatte? Ich hatte wenig Lust am Ende mit ihren Eltern reden zu müssen und ließ es bleiben Aufs Kochen hatte ich erst recht keinen Bock Also schmierte ich mir ein Butterbrot legte außer goldgelbem Gouda rote Tomatenscheiben drauf und streute aufsässig noch grünen Schnittlauch darüber Dann las ich endlich mein Horoskop Singelfische können mit einer aufwühlenden Begegnung rechnen Nur deshalb wählte ich nach langem inneren Ringen Ursulas Nummer die ebenfalls im schwarz-roten Büchlein stand Hallo sagte eine weibliche Stimme Ursula fragte ich zurück Sie sei Ursulas Mutter kam die Antwort Ihre Tochter sei wie meistens nicht zu Hause mit wem sie denn spreche Ich erschrak maßlos Wie hatte ich bloß dieses burschikose Organ mit Ursulas mädchenhafter Stimme verwechseln können aber ich legte blöderweise nicht auf sondern gab mich als Musiklehrer zu erkennen Gut dass ich sie mal an der Strippe habe sagte die Frau Ist es denn wirklich nötig dass das Kind stundenlang bei Ihnen proben muss Spätabends und völlig überfordert kommt Ursula nach Hause Es wäre viel wichtiger dass sie sich auf die anderen Fächer konzentriert Im Übrigen dachte ich sie wäre immer noch bei Ihnen Sollte ich meinen Augenstern der seit vielen Stunden nicht mehr in meiner Nähe leuchtete schnöde verraten Ich ging nicht weiter auf dieses Thema ein sondern sagte bloß Sie hat ihre Noten bei mir vergessen Sagen Sie ihr doch Ach und noch was unterbrach mich Ursulas Mutter Auch ein Lehrer sollte mit der Zeit gehen Händel oder Haydn oder was sie da mit ihr singen das spricht doch heutzutage keinen jungen Menschen an Ich habe das Gefühl sie können sich in unsere Jugend überhaupt nicht mehr einfühlen Ursula schien mich als Fossil der Steinzeit geschildert zu haben Trotzdem versuchte ich gut Wetter zu machen Was würden sie denn vorschlagen fragte ich zuckersüß Auf jeden Fall ein Musical sagte sie Zum Beispiel Starlight Express Habe ich neulich in Bochum gesehen Große Klasse Leider behaupten unsere beiden Kinder Musicals seien mega out Aber man muss ihnen schließlich die Kultur nahe bringen sonst Nun Wenn Ursula Musik studieren will wandte ich vorsichtig ein Sollte sie auch über die Klassik Bescheid wissen Und außerdem muss ich mich in etwa an den Lehrplan halten Musik studieren? Hat sie ihnen etwa diesen Bären aufgebunden? Nein Unsere Ursula will Stewardess werden Bei so einer Figur braucht sie ein Mädchen doch nicht an der Uni abzuquälen Schleunigst machte ich dem Gespräch ein Ende Wie alt mochte Ursulas Mutter sein? Höchstens zehn Jahre älter als ich Aber sie tat so als sei ich ihr Großvater Meine Schöne hatte zu Hause ein wenig geschwindelt Wo mochte sie hingehen wenn sie mich verließ? Und Wo war Greta abgeblieben? Auf Weiber war kein Verlass Frustriert rief ich bei Dankwort an aber er meldete sich nicht Ich hatte Lust mich zu besaufen fand aber nur Kräuterlikör und Cassis Den Wein hatte ich bereits intus Auf dem Küchentisch lag immer noch das schwarz-rote Büchlein Widerwillig schenkte ich mir ein winziges Gläschen Kräuterlikör ein und blätterte Ursulas Heft ganz langsam und sorgfältig durch Wie jung sie noch war Wie kindlich die Schrift und wie liebevoll sie die kleinen Zeichnungen und Abziehbildchen eingefügt hatte Mein Geburtstag las ich auf der Seite für den 18. Januar Neben diesen wichtigen Eintrag hatte sie brennende Kerzen und so etwas wie einen Ziegenbock mit Sprechblase gezeichnet Juhu rief das schafsartige Tier Nach kurzem Grübeln rekapitulierte ich welches Sternzeichen zuständig war Der Steinbock Ein inniges Gefühl der Verbundenheit durchströmte mich weil ich mein Schätzchen durchschaut hatte Der Steinbock war nichts anderes als ein Selbstporträt Ich blätterte im lateinischen Wörterbuch und brachte einen Toast auf den Capricornus aus Erneut schenkte ich mir Likör ein und las endlich Ursulas Horoskop für diese Woche Das Alter spielt bei der Liebe keine Rolle Sie haben den nötigen Elan um sich gegen die Vorurteile ihrer Umwelt durchzusetzen Folgen Sie ihrem Herzen Ein klarer Befehl Hoffentlich hielt sich Ursula daran und gehorchte Als Memento schnitt ich diese Zeilen aus und klebte sie vorsichtig in das reizende Heft Mit roter leerer Tinte malte ich kleine Herzen als Umrandung und spendierte dem Bock biologisch unkorrekt einen riesigen Euter zwischen die Vorderbeine Schließlich verbrachte ich bei Likör Cassis und Miniaturmalerei einen wunderbaren Abend Als Greta um Mitternacht noch nicht zu Hause war legte ich mich glücklich ins Bett Das Erwachen war weniger angenehm Das Schlafzimmerfenster das Greta sonst weit geöffnet hielt war hermetisch verschlossen die Luft stickig und verbraucht Mir brummte der Schädel die Zunge klebte wie ein ausgetrocknetes graues Schwammtuch am Gaumen Auf dem Weg ins Bad sah ich Greta im Wohnzimmer auf dem Sofa campieren Flugs schloss ich die Tür und hoffte dass sie sobald nichts erwachte Nach dem Duschen stand ich in der Küche und trank literweise Mineralwasser Um neun Uhr begann mein Unterricht ich musste mich sputen Das Büchlein lag nach wie vor auf dem Küchentisch Aber es war nicht auszuschließen dass Greta noch zu später Stunde meinen Beitrag entdeckt hatte Eigentlich hatte ich vorgehabt die Plastiktüte mit in die Schule zu nehmen und Ursula zu übergeben Aber als ich das Büchlein erneut zur Hand nahm schämte ich mich in Grund und Boden War es wirklich ich der diese pubertären Anzüglichkeiten und schwachsinnigen Liebesbeteuerungen hineingeschrieben hatte? Großer Gott da half kein Tintentod sondern nur noch die radikale Eliminierung Ich würde standhaft leugnen dass in der Tüte etwas anderes als Noten gewesen wäre Schneller als gedacht musste ich mich rechtfertigen Vor dem Lehrerzimmer erwartete mich Ursula Haben Sie meine Noten? fragte sie meine Mutter Oje Ich wollte sie Ihnen eigentlich mitbringen aber die Plastiktüte befindet sich wohl noch bei mir zu Hause Auch Lehrer sind gelegentlich vergesslich sagte ich Sie können ja am Nachmittag vorbeikommen auch wenn heute erst Dienstag ist Sie nickte ein wenig kläglich und eilte davon Als ich mittags nach der bewussten Plastiktüte suchte war sie ebenso unauffindbar wie das Büchlein dessen umgehende Liquidierung beschlossene Sache gewesen war Ich stellte fast die ganze Wohnung auf den Kopf bis ich zu dem naheliegenden Schluss kam dass Greta dahinter steckte Also begann ich ihren Schreibtisch zu durchwühlen vergeblich Schließlich stand Ursula vor der Tür Hallo sagte sie ein bisschen verlegen wie mir schien Ich muss meine Tüte im Flur vergessen haben dort bei den Mänteln Wie idiotisch von mir dass ich ihre Mutter angerufen und zugegeben hatte dass Ursula ihre sieben Sachen nicht zusammenhielt Wie sollte ich mich jetzt aus der Affäre ziehen Kommen Sie erst mal herein sagte ich liebenswürdig Ich habe gerade nach ihren Noten gesucht und sie nicht gefunden Ich kann es mir nur so erklären dass meine Putzfrau die Tüte versehentlich in den Müllcontainer geschmissen hat Natürlich bekommen Sie neue Noten von mir Das ist Ehrensache Es waren nicht bloß Noten sagte Ursula Viel wichtiger ist mir ein kleines Heft mit meinem Stunden- und Terminplan mit Adressen und Telefonnummern eigentlich nicht zu ersetzen Ratlos blickten wir uns an Ich werde weitersuchen und natürlich die Putzfrau befragen versprach ich Ganz plötzlich brach Ursula so heftig in Tränen aus dass es mir in tiefster Seele weht hat Behutsam strich ich ihr über das seidige Kinderhaar und sagte tröstend Nicht gleich verzweifeln Falls sich das Büchlein irgendwo deponiert wo ich sie nicht finden konnte dazu hattest du kein Recht Greta beteuerte scheinheilig hab ich doch gar nicht Ich wollte bloß dass deine Ursula ihren Besitz umgehend zurückerhält Ihr Bruder hatte heute bei mir Klavierstunde war doch praktisch gedacht mit meinen Küchlein schiefst denn sie schiefst denn sie erschien mir allzu harmlos und freundlich Wie sich im Nachhinein herausstellte hatte ich recht Kretas hinterhältiger Racheplan gründete auf Langzeitwirkung Zwar hatte Ursulas Bruder das Corpus Delicti nicht seinen Eltern sondern direkt seiner Schwester ausgehändigt aber Ursula begann mich von da an systematisch zu erpressen Entweder blieb sie dem Unterricht ganz fern oder sie beschäftigte sich mit Aufgaben aus anderen Fächern Für die Klausuren musste ich ihr am Tag zuvor alle Fragen mit den richtigen Antworten auflisten die sie dann nur abzuschreiben brauchte Falls sie sogar dafür zu faul war zwang sie mich trotzdem zur bestmöglichen Bewertung beim Abitur des Bruders natürlich ebenfalls Im Übrigen erfuhr ich dass Ursula einen 15-jährigen Thomas liebte den sie im Anschluss an mich regelmäßig besucht hatte Seinem jugendlichen Überschwang war sicherlich die von Ursulas Mutter beobachtete Erschöpfung zuzuschreiben unter der ihre Tochter nach den Proben offensichtlich litt Doch in anderer Hinsicht hatte meine rasch erkaltende Liebe zu Ursula viel verhängnisvollere Folgen Schon wochenlang hatte ich nichts warmes mehr zum Essen erhalten sondern musste jeden Abend schauen wie ich satt wurde Die Wohnung war leer meine Wäsche blieb schmutzig im Kühlschrank fand ich nur noch ein Glas Gurken mir ging es beschissen Eines Tages kam Dann musst du jetzt raus denn für drei wird es zu eng schließlich war und ist es meine Wohnung wir haben schon angefangen deine Sachen zu packen Ich protestierte Woher sollte ich von einer Minute auf die andere eine neue Bleibe finden No problem beruhigte mich Dankwart Du kriegst meine Bude die wiederum für zwei nicht ausreicht Und falls du wieder erwarten eine neue Partnerin finden solltest kannst du vielleicht hierher zurückkommen weil es uns im nächsten Jahr zu eng werden könnte Aha sagte ich Mehr fiel mir vorerst nicht ein Aber dann wollte ich doch zeigen dass ich kapiert hatte und ein fairer Verlierer war dem das alles nicht das Geringste ausmachte Mühsam scherzte ich Für eure künftige Hausmusik müsst ihr aber mindestens Zwillinge kriegen Greta behauptete Kanon singen macht bereits zu dritt viel Freude Drückte mir einen Koffer und die Autoschlüssel in die Hand und röhrte los Heyo spann den Wagen an Um der falsche Dankwart brüllte hinter mir her Es müssen mindestens Drillinge sein wenn man eine Big Band plant Ich sagte kein Wort des Abschieds sondern wünschte insgeheim dass sie vor lauter Blagen keine Luft mehr kriegen sollten Der Wind trieb Regen übers Land als ich in Dankwart's dunkle Stube trat Mein Flokati das einzige Stück das ich zu Gretas Einrichtung beigesteuert hatte lag bereits grau und schmutzig als Fußabtreter vor der Tür Kein wärmender Ofen kein duftendes Essen kein Stern am Himmel kein Silberstreif am Horizont während in meinem ehemaligen Zuhause Greta und Dankwart jetzt wahrscheinlich endlos weiter sangen und die goldenen Garben einholten Es war herbstlich geworden Dieses ungeheizte Loch war eine Zumutung Hoffentlich hatte mir Greta den dicken Pullover eingepackt Als ich den Koffer öffnete lag ganz oben ein Pizzakarton Wenigstens brauchte ich heute Abend nicht zu verhungern Begierig klappte ich den Deckel auf und zuckte zusammen Von allen monochromen Abendmahlzeiten waren mir die schwarzen Essen stets am widerlichsten gewesen Vor mir lag eine zu Kohle verbrannte Pizza garniert mit Lakritzstückchen die wie Hasen scheiße aussahen In der Mitte klebte mein Horoskop Fische Wer wird denn gleich schwarz sehen In ihrem neuen Ambiente fühlen sie sich wie ein Fisch im Wasser und in der Liebe können sie auf den größten Erfolg ihres Lebens zurückblicken Heute logen die Sterne wieder einmal das Blaue vom Himmel herunter Sekretärin gelesen von Ursula Illert Ich freute mich sehr als Eva anrief Wir hatten uns zwar ein wenig aus den Augen verloren aber im Grunde waren wir seit unserer Kindheit gute Freundinnen Sie tat geheimnisvoll Wir müssen uns unbedingt sehen Ich habe dir etwas zu sagen was sich nicht fürs Telefon eignet Keine Frage dass ich diesem Treffen voller Neugierde entgegenfühle Fieberte Wenige Tage später saßen wir auf meinem Balkon tranken Campari Orange und sprachen von alten Zeiten Du warst doch mal die Sekretärin von Bolle fing sie an Ich nickte und verzog schmerzlich das Gesicht Ich weiß Bescheid sagte Eva Du hast es mir beim letzten Klassentreffen ausführlich erzählt Er war ein Mit A fängt es an sagte ich Bolle hieß eigentlich Dr. Sigmar Bollberg und war vor 20 Jahren längst nicht so bekannt wie heute wo er es zum Minister gebracht hat Damals war er noch jung und ich kaum erwachsen Klar, dass ich mich in meinen ersten Chef sofort verliebte Wie er mich glauben ließ war er unglücklich verheiratet und darum spielten wir das uralte Theaterstück Jugendliche Naive geht mit ihrem Vorgesetzten ins Bett und macht sieben Jahre lang Überstunden wie eine Weltmeisterin Was ist ihm passiert? fragte ich Denn es hätte mich nicht gewundert wenn dieses Energiebündel durch und durch eine charismatische Erscheinung ehrgeizig und karrierebewusst nun endlich auf die Schnauze fiel Nach mir hatte er wie ich aus zuverlässiger Quelle wusste eine Vielzahl ergebene Frauen ausgebeutet sowohl für sexuelle als auch betriebliche Sonderleistungen Ach, es ist zwar jammerschade meinte Eva aber der Fuchs ist zu schlau um sich erwischen zu lassen Doch jetzt gehe ich zum delikaten Teil meines Anliegens über aber du darfst mit keiner Menschenseele darüber sprechen Begierig schwor ich Stillschweigen Eva arbeitete bei einem privaten Fernsehsender als Redakteurin Sie hatte die Aufgabe eine Art Talkshow vorzubereiten Die Sendung ist keine neue Idee sagte sie Die Konkurrenz macht seit Jahren etwas ähnliches Eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wird vorgestellt in unserem Fall Bolle Zur Auflockerung werden Überraschungsgäste eingeladen also Weggefährten aus der Vergangenheit etwa ein ehemaliger Lehrer das alte Mütterchen der verschollene Jugendfreund und so weiter Bei Bolle möchte ich fünf Sekretärinnen gemeinsam antreten lassen die ihn als verantwortungsbewussten Chef und gütigen Menschen preisen Ohne mich sagte ich Die Lüge bliebe mir im Halse stecken Eva lachte Pass auf es kommt ja noch besser Im Grunde bin ich vertraglich verpflichtet über Berufsgeheimnisse den Mund zu halten aber neulich habe ich nach einigen Gläschen Wein im Familienkreis über diesen geplanten Auftritt geplaudert Mein Schwager ist zwar in der gleichen Partei wie Bolle aber es gibt dort eine Gruppe die ihn lieber heute als morgen absägen möchte Ich riss die Augen auf jetzt hieß es gut aufpassen Was hat das alles mit mir zu tun? fragte ich mit leichter Ungeduld Du könntest ein paar Sätzchen vorbringen die den guten Bolle in einem neuen Licht erscheinen lassen damit hättest du erstens die Möglichkeit dich an ihm zu rächen zweitens würden dir bestimmte Interessenten eine Erfolgsprämie garantieren Wir schwiegen beide Wenn ich richtig verstanden hatte sollte ich nicht in das allgemeine Loblied auf Bolles Humanität und Kompetenz einstimmen sondern genau das Gegenteil tun ihn fertig machen Wie denkst du dir das? fragte ich furchtsam denn ich bin nicht sonderlich mutig Eva erklärte mir das Prozedere Zuerst sollte Bolles Lebensweg von der Grundschule bis zum Ministeramt kurz vorgestellt werden Dann trete als erster Gast sein Bruder ein Franziskanermönch vor die Kamera und erzähle vom Elternhaus in einem Münchner Vorort und gemeinsamen Jugend streichen Als nächstes falle die Tochter Studentin in den USA ihrem Papa um den Hals Das Highlight sollte eigentlich der Bundespräsident sein der jedoch bereits absagen ließ Im Gespräch seien ferner ehemalige Skatbrüder oder Freunde aus einer studentischen Verbindung Als Abschluss plane ich den spektakulären Auftritt der Sekretärinnen Von dreien habe ich schon die Adresse Man könnte euch alle gleich anziehen Ich dachte an ein dunkelblaues Nadelstreifenkostüm mit rosa Seidenschal das ihr selbstverständlich behalten dürft Natürlich erwartet man dass auch alle etwas ähnliches sagen Etwa so ein energischer aber auch großzügiger Chef Perfektionist in der Sache jedoch mitfühlend absolut integer herzlich und bla 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 Dann kommt deine große Stunde Sobald die Scheinwerfer auf dich gerichtet sind sagst du völlig überraschend was du schon lange auf dem Herzen hast Es ist eine Live-Sendung Wenn du einmal im Bild bist wird man nicht gleich abblenden Dein erster Satz kann ihn ruhig in Sicherheit wiegen Also beispielsweise Es war eine schöne Zeit mit Ihnen Herr Bollberg Und dann folgt ruckzuck was er für ein Schweinehund war Das stimmte Ich hatte ein Kind von ihm abgetrieben und war kurz darauf in eine andere Abteilung weggelobt worden Meine Nachfolgerin war ebenso jung und dumm wie ich es anfangs gewesen war Mir klopfte aber jetzt schon das Herz Eva Die Idee gefällt mir zwar gut Doch wer bin ich denn dass ich mich mit den Mächtigen anlegen kann Erstens verliere ich meinen Job und zweitens wird mich Bolle wegen übler Nachrede oder Verleumdung verklagen Eva versuchte mich zu beruhigen Im Falle einer Anzeige werde man mir die Prozesskosten und den besten Verteidiger bezahlen Überdies Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern Sei die Gratifikation von einmaliger Höhe Mit roten Ohren nannte sie einen Betrag den sie mir noch zweimal wiederholen musste Daraufhin beschloss ich das Wochenende zum Nachdenken zu verwenden Eva wollte sich am Montag wieder melden Natürlich konnte ich nicht schlafen Wie im Film sah ich mich vor Bolle stehen und ihm meine aufgesparten Vorwürfe mit überschnappender Stimme ins Gesicht speien Wie er besoffen ins Auto gestiegen war einen Radfahrer angefahren und Fahrerflucht begangen hatte Wie er seine Frau belogen seine Sekretärinnen verschlissen und öffentlich gegen Schwangerschaftsunterbrechungen gewettert hatte die er bei seinen privaten Affären für selbstverständlich hielt Gut Da stand ich also als hysterischer Racheengel im Rampenlicht verbittert nicht mehr jung von Eifersucht und Missgunst gezeichnet Machte ich eine gute Figur? War eine abgehalfterte Geliebte eine glaubwürdige Zeugin? Die zahllosen verstoßenen Frauen von Königen Schaas oder Politikern waren nur dann Sympathieträger wenn sie mediengerechten Glamour wie Lady Di oder Soraya ausstrahlten Das allgemeine Mitgefühl und Wohlwollen würde sofort Bolle gelten Alkohol am Steuer ein Kavaliersdelikt Der Radfahrer war ja nicht gestorben Ein Frauenheld in der Politik Wie schön es gibt in Deutschland viel zu wenige Clintons und Kennedys Ehefrau Hintergang Na und? Wer würde diesen arroganten Drachen nicht ebenfalls betrügen? Ausbeutung der Untergebenen tut doch jeder der ein bisschen clever ist Ohne zu delegieren ist noch keiner groß geworden Die Wahrheit war so banal dass ich keinen Blumentopf damit gewinnen konnte und auch meine anonymen Auftraggeber keinen Anlass hätten eine derart fette Summe auszuspucken Ich beschloss mich zu drücken Eva war entsetzt Auf keinen Fall ich beschwöre dich Wie stehe ich da wenn du auch noch abbröckelst? Bis auf eine einzige Sekretärin haben alle einen Rückzieher gemacht leider auch Bolles Kollegen Wenn du nicht genug Mumm hast um ihm die Leviten zu lesen dann mach einfach nur ein betont muffiges Gesicht Denk doch mal Flug Übernachtung im Kempinski Nadelstreifenkostüm und als Krönung der Scheck Wer kann bei einem neuen Kostüm widerstehen? Laut Evas Empfehlung wollte ich derart gequält und wortkarg über meine verflossenen Dienstjahre sprechen Das auch ohne großartige Anklage demonstriert wurde Das war keine gute Zeit Schließlich war es soweit Mit den anderen Gästen wartete ich in einem Nebenraum des Studios und verfolgte am Monitor den Auftritt unserer Vorgänger Eva saß bei uns tat aber vorsichtshalber so als würden wir uns nur flüchtig kennen Alles lief programmgemäß Bolle thronte gut gelaunt mit Ehefrau und Moderator am runden Tisch und trank Mineralwasser Als Profi kannte er kein Lampenfieber Seine puppig geschminkte Frau weilte wohl dank eines Tranquilizers nicht in dieser Welt während sich der Ordensbruder als amüsanter Entertainer erwies Die Tochter musste sich noch eine Weile mit uns im Warteraum gedulden Bei Bolles Worten Das wichtigste in meinem Leben war immer die Familie sprühte sie in einem Anflug von Wut ihrem Bildschirm Vater eine Ladung Cola ins Gesicht enthielt sich aber eines Kommentars Das brachte mich jedoch dazu in aller Eile einen teuflischen Plan zu schmieden Gemeinsam mit Bolles jetziger Sekretärin betrat ich schließlich die Arena angekündigt als die erste und die letzte Schreibtischdame Zwillingsmäßig gekleidet identisch frisiert aber im Alter durch zwei Jahrzehnte getrennt gesellten wir uns als doppelte Miss Moneypenny zu Bolles Hofstaat Ich hörte kaum was meine Kollegin sagte sah aber das erwachende Misstrauen in den Augen von Bolles schläfriger Frau Als mein Minütchen geschlagen hatte wusste ich genau was ich sagen würde Es war eine tolle Zeit begann ich und sah Bolle voll ins rote Bulldogengesicht geprägt von Pioniergeist Ich bewunderte Herrn Doktor Bollberg und vor allem auch seine Frau Überrascht blickte sie mich an Ja Frau Bollberg ich habe große Hochachtung davor wie Sie es jahrelang Seite an Seite mit einem Bettnässer ausgehalten haben Ich hatte bereits nach drei Überschwemmungen die Nase voll Die junge Sekretärin wollte ihrem Chef beistehen und versicherte eifrig Bei mir hatte aber noch nie ins Da konnte auch ein gewandter Moderator nicht mehr viel retten Später erfuhr ich dass die Einschaltquote 29,7% betragen hatte und wer es nicht am Bildschirm sah wie Bolle Violett anlief und mit geballten Fäusten auf mich losging der las es am nächsten Tag in der Presse Ganz Deutschland lachte über meine Lüge Wie versprochen wurde ich vorzüglich entlohnt denn aus dem großen Zampano ist eine lächerliche Figur geworden Mein neuer Job in der Werbebranche macht mir viel Spaß Dem Prozess sehe ich mit Gelassenheit entgegen Denn wie soll Bolle beweisen dass er vor 20 Jahren kein Bett ne Schnappschuss gelesen von Cordula Tranto Ich erinnere mich dass bei mir nur zweimal im Leben das Glück vor der Tür stand ein wunderbares Gefühl das seltsamerweise in jeden der beiden Fälle durch meine Frau ausgelöst wurde Beim ersten Mal war es vor allem meine Nase die das Glück witterte Es waren Ferien Ich lag im Garten und las Die Sitte meiner Vorfahren am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen zu genießen habe ich stets als nicht mehr zeitgemäß abgelehnt Schließlich essen wir Deutschen ständig zu viel Darüber hinaus neige ich zu Magengeschwüren An jenem sonnigen septembertag hatte sich aber meine Frau über alle Anordnungen hinweggesetzt wohl weil sie von einer Freundin einen großen Korb voller Zwetschgen erhalten hatte Da mein bisheriges Leben weitgehend emotionslos verlaufen war erschien mir erstaunlicherweise jener Geruch nach frischem Pflaumenkuchen aus lockerem Hefeteig und saftigen blauen Zwetschgen als der erste bewusst empfundene Glückszustand Allerdings wollte ich auf keinen Fall durch ein übertriebenes Lob erreichen dass ich nur neue Sitten in unseren Haushalt einschlichen und Fiene am Ende jeden Sonntag backen wollte ich aß den köstlichen Kuchen ohne den erwarteten Beifall den sie mir jedoch in ihrer trotzigen Art unbedingt entlocken wollte schmeckt doch gut lobte sie sich stattdessen selbst und sprach von schönen Erinnerungen an Kinder Geburtstage an denen es regelmäßig frischen Obst und Streusel Kuchen gab natürlich mit Schlagsahne ich mochte davon nichts hören Obwohl meine Verstellung nur bis zu einem gewissen Grad gelang Zwar fiel ich nicht gierig über den lauwarmen Kuchen her aber ich aß doch insgesamt vier Stücke was sie mit einem maliziösen Lächeln zur Kenntnis nahm Ganz ohne Worte konnte sie stets den Eindruck erwecken als ob sie alles besser wisse Für dieses gemeine Grinsen hätte ich sie Nun lassen wir das Als ich meine Frau kennenlernte trug sie ein blaues Sommerkleid und hatte das goldene Haar hochgesteckt Ein hübsches Bild auf das ich hereinfiel denn leider ergraute ihr helles Haar schon allzu früh Auch ihre Fröhlichkeit die mich anfangs verzauberte ließ mehr und mehr nach Ihr Lachen verstummte Es dauerte aber lange bis mir klar wurde dass wir uns hassten Im Grunde bin ich ebenso wenig ein eitler wie ein besonders gut aussehender Mann Durchschnitt würde ein neutraler Gutachter feststellen Als Jugendlicher sah ich lange Zeit viel zu kindlich aus Man hielt mich noch mit Mitte 20 für einen Schüler Aber irgendwann war ich froh jünger auszusehen als nach tatsächlich gelebten Jahren Inzwischen ist mir mein Äußeres sowieso nicht mehr wichtig Aber ich möchte doch betonen dass mein Bauch längst nicht so überlappend ist wie der mancher Alters Genossen Dass ich nie eine nachlässige Haltung angenommen habe eine Brille nur zum Lesen brauche und mein Haar fast gar nicht Schütter geworden ist Stundenlang es vor dem Spiegel stehen war und ist mir fremd obwohl ich natürlich während meiner Berufstätigkeit darauf achtete anständig gekleidet und gepflegt zum Dienst zu kommen Abteilungsleiter haben eine gewisse Vorbildfunktion Noch mit Mitte 40 hatte ich keine besonderen Probleme damit wenn mir meine Fotos vorgelegt wurden Es gab eine Menge Kollegen die auf Betriebsfeiern fleißig knipsten und im Gegensatz zu vielen anderen Mitarbeitern habe ich nie in betrunkenem Zustand junge Sekretärin auf den Schoß gezogen und musste mich hinterher über ein peinliches Foto schämen Auf manchen Bildern sah ich sogar richtig gut aus Deswegen war es mir anfangs ein Rätsel dass ich auf Familien Fotos stets recht unerfreulich gegen meine Kinder abfiel Nun ja sagte ich mir mit hübschen jungen Mädchen kann ein Mann sowieso nicht konkurrieren Später als unsere alte Katze überfahren wurde und die Kinder nur noch an Weihnachten oder gar nicht mehr aufkreuzten musste meine Frau mit mir allein vorlieb nehmen war es zu Unsere Töchter hatten mich früher gehänselt wenn ich mich über ein besonders scheußliches Abbild ärgerte so und nicht anders sähe ich nun einmal aus das hätte ich sicher hingenommen wenn ich nicht immer wieder Fotos gesehen hätte die das Gegenteil bewiesen Langsam dämmerte es mir dass meine Frau den Ehrgeiz oder sogar eine sadistische Freude hatte mich von Mal zu Mal ekliger darzustellen das Wort hässlich leitet sich nicht grundlos von Hass ab da quoll mein Bauch der doch im Grunde fast flach ist auf fast unanständige Weise über die Demarkationslinie die Adern an den Händen traten wie Regenwürmer hervor der Hals sah aus wie bei einem schlachtreifen Truthan wohlstige Säcke hingen unter den Augen belanglose Fältchen wühlten sich wie tief ausgehobene Gräben durchs Gesicht alle diese unvorteilhaften Anzeichen des Alterns wären indes noch als natürlicher Prozess zu entschuldigen gewesen wenn Finimir nicht durch optische Tricks den Ausdruck großer beschränkt oder Gemeinheit angedichtet hätte inzwischen weiß jeder dass die Fotografie kein objektives Kriterium ist weil sie durch Selektion und Manipulation einen gewünschten Eindruck hinterlassen kann der keineswegs der Wahrheit entspricht Nun verfügte Fiene allerdings nicht über ein Fotolabor wo sie retuschieren konnte und von digitalen Kameras und computergesteuerten Fiene besaß keine Fotoalben sondern Aktenordner die sie mit Jahreszahlen beschriftete und mit ihren Werken füllte Ab ihrem fünfzigsten Lebensjahr gab es kaum mehr ein anderes Motiv für meine Frau als mich Ihr Lebenswerk ist zu einer gigantischen Sammlung menschlicher Hässlichkeit geraten alle am Beispiel ihres eigenen Ehemanns Die Fotos pflegte sie mir weder zu zeigen noch zu verbergen Da Fiene aber seit dreißig Jahren mit einem Fotoapparat herumschlich nahm ich im Allgemeinen keine besondere Notiz von ihren Aktivitäten Erst als ich aus einem völlig anderen Grund ich suchte ein lustiges Jugendfoto für eine Festschrift einen Ordner nach dem anderen zur Hand nahm begriff ich das Ausmaß ihrer Obsession Von da an konnte ich ihre Gesellschaft nur noch schwer ertragen Zwar gab es sowieso nicht mehr viele gemeinschaftliche Unternehmungen aber aus Mangel an Fantasie verhielten wir uns immer noch so wie es einer langjährigen Partnerschaft zukommt Wir schliefen Wir schliefen Wir schliefen im gleichen Schlafzimmer nahmen die Mahlzeiten gemeinsam ein und machten einmal im Jahr eine Bergtour Auch da gab es feste Gewohnheiten die sich nie änderten denn schon zum zwanzigsten Mal wanderten wir rund um die Kardada Es Während offenem Hemd zerzausten Haar und krebsrotem Sonnenbrand war ich sicher ein gefundenes Fressen für ihre Perversion Aber ich wollte es noch auf die Spitze treiben Am Rand des Abgrunds der direkt vor unserem Rastplatz lag pflanzte ich mich auf und urinierte hinunter Wahrscheinlich konnte sie mich haarscharf im Profil anvisieren und am leichten Klicken hinter mir erkannte ich dass sie sich dieses Motiv auf keinen Fall entgehen ließ Du willst es so haben dachte ich kochend vor Wut Ich zog das Hemd ganz aus ließ den Hosenstall offen und kletterte nah am Abgrund herum als wollte ich Enzian und Edelweiß pflücken Inzwischen sah ich mit Fines Augen dass ich in diesem Augenblick geradezu hinreißend widerlich aussehen musste Ohne dass ich hinzuschauen brauchte hörte ich wie sie aufstand und mir nachstieg Es war nicht besonders schwer sie näher und näher heranzulocken bis ich mich plötzlich rockartig umdrehte und mich drauend vor ihr aufbaute Da ich noch niemals ähnlich reagiert hatte erschrak sie maßlos wich zurück und stürzte ab ohne dass ich sie auch nur zu berühren brauchte Zum zweiten Mal im Leben empfand ich so etwas wie reines Glück Auf Wiedersehen und dann bis zum zweiten bis zum zweiten bis zum zweiten